Willkommen wieder zurück auf unserem Kanal zu einem neuen Projekt und zwar spielen wir heute die dritte Reihe von Amnesia und zwar Amnesia Rebirth und wir wollen auch gar nicht lange schnacken, sondern wollen direkt ins Game gehen und wir gucken mal rein, wie es da, äh, ja, wie es da weitergeht. Wir lassen uns überraschen. When you realize what the pain has made of you, in hiding, curled in on yourself, unable to show the world your face, acting on instinct, lashing out, even at those closest to you, time has passed. And time is a thief. It has stolen your memories. The agony has faded, but so has every precious moment of joy. You have been hollowed out from the inside. And there's nothing left of the person you used to be. But you try. You try to remember how to smile. You try to remember how to love. And one day, you crawl out from your hiding place and step back into the world. And then, every day, you do what you must to survive. What was that? Nothing. Don't worry. Pretending it's not there won't make it go away. Salim, it's just turbulence. It'll settle down soon. Yes, yes, I know. It's hard, though. Your head tells you one thing, but your heart disagrees. Try to sleep. I couldn't. I keep imagining what might go wrong. I know someone who can help you. And who's that? Marka. Oh, I had no idea you brought him. I didn't want him to be lonely. I know my heart. It's good for him to have an adventure, but he'll be glad when this journey's over, I think. He's had a hard life. And there's so much more to come. Alexia! Yasmin, get up here! Hello. 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 Can anyone reach me? Hey, hold on. Hey. Hey, come on. Come on. Come on, come on. Come on, steaming me. Stay with me, baby! Hey, baby. ARD Text im Auftrag des ZDF 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 Wie passiert sie mir bei Sephoris? Wir sind abgestürzt, waaat? Okay, komm, nimm die, nimm, nimm doch! Wie? Okay, denn, das sieht aus wie Heilung. Aber, was? Laudanum? Was passiert hier? Tassi, hm, okay, Tassi, sind wir anscheinend. Und dieses Mittel hilft uns anscheinend gegen Angst und Mut. So würde ich es jetzt verstehen. Oder, sehe ich da irgendwas falsch? Wo ist Salim? Okay, und damit zeig ich noch mal ein herzliches Willkommen hier wieder zu Amnesia Rebirth und, äh, ja. Wir sind anscheinend Tassi und fahren unter dem Flugzeug mit Salim, unserem Freund, Mann, Verlobten, I don't know. Und wir sind abgestürzt. Und jetzt gucken wir mal, wie es jetzt hier weiter geht. Und jetzt gucken wir mal, wie es jetzt hier weiter geht. I have to remember the wild... Ne, I have... Was? Was? Achso. I have to remember, she will die. Find Salim. Okay, das ist unsere To-Do. Also wir müssen, äh, Salim finden. Das sind die Memories, äh, wo wir... Was ist das denn? Wo wir den Hinweis bekommen hatten mit... Ach du... Was? Ist ja gar nicht so um... Umfangreich... Alter, ist ja okay. Wie... Wie komme ich hier wieder raus? Äh... Hallo? Raus? Gibt's hier... Ne Möglichkeit? Exit? Okay, woanders hinklicken. Okay, also wir können uns auf jeden Fall nicht erinnern. Wir haben anscheinend, äh... Probleme. Taschenlampe haben wir leider noch nicht. Was ist das hier? Ja, und... Weiter. Können wir jetzt damit machen? You can press... To rotate. Kann ich das auch öffnen? Also... Ah, mit T ist ein bisschen angenehmer. Okay. Anscheinend nicht. Gut. Vielleicht können wir uns denn jetzt hier alles angucken. Nimm die Weste! Nimm sie! Zieh sie an! Okay. Äh... Ist jetzt die Frage. Sollen wir uns jetzt hier erstmal alles angucken? Oder... Sollen wir einfach raus? Weil hier gibt's nichts weiter? Oder... Wie ist das jetzt hier der Fall? Achso. Achso. Hier kann ich denn vor und zurück. Okay. Äh... Wir sind also anscheinend jetzt erstmal noch im T... 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 Nicht das hier mit, ne? Ah, ne, das ist jetzt leer. Und hier ist ne Blutspur. Was ist das? Warum? Hä? Was? Ich? Ah, okay. Das ist mir egal. Hallo? Ich bin hier. Oh Gott, das sieht alles nicht so gut aus. Das ist Tessie. Hast du irgendwo ein Mikrofon, wo du reinsprechen kannst? Oder ist einfach nur... Ja, ich bin noch hier. Ich bin hier. Mach doch, also... Ja? Hau! What? Achso, das ist er. Loil. Okay, das ist mein Inventory. Wo sind wir hier? Was haben wir an der... Das ist doch kein Armband. Was ist das für eine Ruhe? Okay, wir sind in der Wüste. Wir hatten auch beim Fluggrad eben, wo wir so... Abgestürzt sind. Flashbacks. Da war ja so... Nein! Nein! Nein, hilf mir! What? Da hatten wir... Das sah ja aus wie... Weiß ich nicht. Wie so ein Leuchtturm. Ich erinnere mich, dass die Leute verletzt wurden... ...in dem Crash, wo ich hier war. Ich denke... Mach doch auf! Wo waren sie? Wenn ich das wüsste, dann würde ich mir die Fragen... What? Wer spricht der da mit mir? Also, dieser Salim, oder... Wer? Lass mich doch mal an die Kiste da ran. Ich will da reingucken. Ich kann da nicht reingucken. Hä? Wer ist denn Leon und wer ist Jonathan? Und... What? Okay. Was... Was machen wir jetzt am dümmsten? Also, wir sind jetzt hier raus... ... und haben hier Fußspuren. Which band? Was für ein Case? Also, hier? Haben wir hier... Hier irgendwas drinne? Nein! Auch nicht. Okay. Sind es einfach fahrlose Flashbacks, die wir hier haben, oder... ... was ist das jetzt hier? Ich... Ich verstehe es nicht. Also, uns geht es nicht so gut, und... ... wir haben Flashbacks. Okay. Was ist das? Was ist das für ein Geräusch? Was ist das für ein Geräusch? Das ist ein Grab. Das Ding, direkt die Sunlight, ist eine schlechte Idee. Keep to the shadows. Oh, okay, okay. Das ist anscheinend... ... haben wir ein Problem. Height Mode makes you less visible, but unable to move. Okay, ich kann mich mir nicht so nicht bewegen. Okay. What the fuck, was ist hier passiert? Okay, wir gehen hier mal weiter, weil hier vorne sind noch Footsteps. Maybe wir... Wait, Hank. We have no choice. We need to get them to shelter. I know. It's Sam. His hurt. You know what he's like. Let's get him down there, then you and I can sit on him while the doc takes a look. Don't worry. The caves aren't far. Okay. Also, wir haben jetzt eine weitere Erinnerung. Freigeschaltet? Können wir damit irgendwas machen? Ich kann alles hier rausnehmen, aber... Lass uns einen Tee machen. Komm. What the... Also. Okay, also wir sind abgestürzt. Suchen jetzt unseren... Freund? Salim? Und hoffen, dass er nicht einer von diesen Leuten ist, die da im Grab lagen. Kann ich auch nichts machen? Ja, okay, wir gehen mal ganz schön. Salim! Salim, are you there? Boah, die brüllt aber auch ganz schön. Also, das zimmert gerade in meinen Ohren. Das ist ja... Okay. So, es ist die Frage, wo gehen wir jetzt lang? Da lang? Da hoch? Oder da lang? Da wir nicht so lang in der Sonne sein sollten, damit wir... Damit es uns vielleicht nicht so schlecht geht, würde ich jetzt mal sagen, wir gehen hier an der Seite lang. Einfach schön am Schatten. Weil... Nicht, dass wir von der Sonne weggebrutzelt werden. Das wäre nicht so optimal. Gar nicht. Und anscheinend kommen wir ja auch von hier nach da. Also, wir kommen anscheinend immer zu dem... ...selben Weg. So, in der Art. So, hier ist jetzt nochmal Schatten. Hier müssen wir nochmal kurz rein. Ins Zwischenbunkern. Damit uns das nicht so schlecht geht. Okay. Also, hier ist nichts weiter. Okay. Aber hier sind noch weitere Trümmerteile. Also, wie sind die denn bitte hier hingekommen? Ich weiß jetzt nicht, ob das so gut und clever ist, jetzt da reinzugehen, wenn da so eine... Naja... Ich sag mal, Totems sind und auf dem Stein ist ein Smiley gemalt. Wahrscheinlich mit Blut. Aha. Okay, das sind... Aber das würde... Achso. Also... Ist so... Komisch. Weil... Wenn wir das Ganze als Erinnerung schon hatten, dann waren wir ja hier schon mal. Eigentlich. Hä? Ich raff nichts. Und... Gibt's hier irgendwie... Irgendwas? Dearest Susan. Dearest Alfie. Die Storys don't do this place justice. It is amazing. You've never seen anywhere as busy as the market in Algiers. The smells, the flavours, the colours, and oh, the noise. I may have picked you both up a little something. You never know your luck. All my love. Always. Dad. Okay. You're dead. Why? All notes you have for the story in your journal. Okay. Cool. Ich würde gern... So. Mal ganz, ganz, ganz cool. Also ganz, ganz kurz. Nicht ganz cool. Ganz kurz. Äh. Wir sind gestrandet. Also wir sind abgestürzt. Mit unserem... Verlobten, Freund, Mann, Salim. Sind aber anscheinend hier auf der Suche nach... Daddy? Weil wir hier eine Postkarte von Dad haben? Ähm. Und sollen jetzt hier in die Cave. Also in die Höhle. Wo, wo hier vorne... Ich sag jetzt mal... Komische Dinge stehen. Warum sollte ich jetzt hier reingehen? Aber komm, wir gehen rein. Hey, hey, hey. Was gehört dazu? Also so'n bisschen. Oh, Tazzy. Schau an unsere Hände. Suche kleine, perfekte Fingern. Okay. Sind wir das? Hallo, mein kleiner Junge. Und ist das unser Dad? Oder... Gott. Hm. Okay. Okay. Es ist alles klar. Ich kann es gestalten. Komm schon. Not for now. What? Hello? Is anyone there? Salim! Also hier muss jemand gewesen sein, weil... Das glüht ja hier alles noch. Das ist... Oh Gott. Also, ich weiß... Ich... Also, ich weiß ja nicht. Stitching? I'm sorry. I will be still. Salim. I have you. I have you. But... Also, was passiert hier? Ich... Verschieße nicht. Also, er hat sich verletzt. Klar, okay. Wurde... Zugenäht. Okay. Wir waren aber anscheinend dabei. Was... Kein Sinn macht. Also... Warum... Warum waren wir denn... Warum waren wir denn... Wieder im... Warum waren wir denn wieder im Flugzeug? Also, wer hat uns da wieder zurückgebracht? Salim Hanachi, Tasi Trianan, August 33, Law of Trans... Transgens Law. Okay. Was ist das? Ich... Ich hatte etwas, was zu dir sagen. Ein ganzes Sprache, etwas poetisches, aber... Okay. Du musst nichts sagen. Ich weiß, es ist... Ich habe nie gedacht, dass das passieren würde. Alles von dem. Du und ich. Ich hätte nie gedacht, dass du... Salim. Es gibt niemanden, den ich lieber mein Zeit mit spenden würde. Really? Really? Stopp'n, schau'n, ich bin in Liebe mit dir, du Idiot. Du bist mein Herz, Tasi Trianan. Ich sagte, keine Poetrie. Okay. Also, eine Frau, die keine Gedichte mag oder will. Hm. Cool. Ja, kann man machen. Geht auch anders. So, dann schauen wir doch mal, was wir hier so finden. James Henry Meichel, Expandant Leader. Rachel Holt, Assistant. Also, hier ist eine Auflistung... ...von den ganzen... ...Äh... ...Reisenden, beziehungsweise die jetzt hier wahrscheinlich in der Liste waren. Bis auf der Pilot, der ist durchgestrichen und ein paar andere sind aber trotzdem alle abgehakt. Okay. Gut. Äh, hier haben wir eine Karte. Äh, okay. Ich, 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 ich nehme es jetzt mal mit. Ah, äh, ja klar. Mhm, mhm, mhm. Was haben wir denn hier? Anastasia Trianon. Engineer, drafter. Papers, not needed. French National... Also, wir sind französischer Nationalität. La Bourguet. Oh, Bourguet. Bourguet? Alles egal. Tazi, Tazi, really don't know how best to handle this. Sure, she'll cope... ...cope in the field. In the field. This is not a difficult trip. We've been on much worse. But the last year has been hell for her. A call from Paris. She sounded so broken. Guess all I can do is look out for her. Try to keep her busy. We need to prod Malek and Rachel to do the same. She's got Salim here too, which will help. I really hope, really, really, really hope this is what she needs. That can start. Okay. Äh, da gibt's noch. Ähm, wie komm ich auf die... Ja, next page. Äh, Mending Things for her. For both of them. Okay. Das hat jetzt da nicht mehr reingepasst. Hey, I promise I won't bring this up again, but I know this won't be easy on you. First time out again, you know? So, if you want a break, you want to get away from people, any of that. Just say, whatever you need. Ja, okay, also, gut, was immer ich will, aber, ja, wir schauen mal. To those who follow, I am Salim Hanachi. I crashed with the crew of the Cassandra on March 3rd, 1937. I and others were injured. We stayed, while the rest of the crew went for help. My companions are dead now. And the radio is broken. I cannot wait alone. There is some sort of creature here. I must go after the crew as best I can. They follow the path through the mountain. I will leave signs. Tazi, if I do not find you, and by some chance you are reading this, know that you are my heart. Okay. Also, Also, er ist hier langgegangen. Um, um uns zu suchen, obwohl wir im Flugzeug waren. Was? Also, was? So, wirklich logisch? Sag ich jetzt mal, ist es nicht? Wieso kann ich jetzt das schon wieder nicht öffnen? Nimm doch. Mach doch. Muss ich das hier alles runterschmeißen? Okay, runter. Runter. Jetzt. Ow. Hat ja richtig viel gebracht. Äh, warte mal. Hier geht's ja noch weiter. What the fuck? Oh no. Wer ist das? Äh... Hallo? Das ist meine Lichtquelle? Ich, ich... Ich... Ich hab'n Streichholz. Okay. Ich hab'n Streichholz. Geil. Okay. Lukas. Ich denke. Lukas? Okay, wir haben Lukas gefunden. Wie ist die Welt so stille und in der Dämmerung Hülle, so traulich und so holt, als eine stille Kammer, wo ihr das Tagesjammer, verschlafen und vergessen sollt. Seht ihr den Mond dort stehen, er ist nur halb zu sehen und ist doch rund und schön, so sind wohl manche Sachen, die wir getrost belachen, weil unsere Augen sie nicht sehen. Wir stolze Menschenkinder sind eitel, arme Sünder und wissen gar nicht viel, wir spinnen Luftgespinste und suchen viele Künste und kommen weiter von dem Ziel. Gott, lass uns dein Heil schauen, auf nichts Vergängliches trauen, nicht Eitelkart uns freuen, lass uns einfältig werden und vor dir hier auf Erden, wie Kinder fromm und fröhlich sein. Okay, schönes Gedicht. But, why? Salim. I'm sorry. Without Lukas, I cannot bear it. The rest of you? This is not Salims fault. I'm of sound mind. Eva Ritter. Okay, also, Lukas, tot. Eva Ritter, Frau, Freundin, tot von, also hat sich selbst umgebracht wegen Lukas. So, und anscheinend hat Salim was mit Lukas tot zu tun. Oder, vielleicht auch nicht. Gold. Oh, shit. Eva. Eva. Ja, ähm... Ja, ähm... Okay. Gut, wir gehen einfach mal Salim hinterher, weil es so schön ist. Und jetzt noch ein paar Streichhölzer. Was ist das? Warum? Also... Okay, das sind... Moving around too much while holding a match will make it go out. Ja, das ist dann problematisch, würde ich sagen. Das heißt, wir dürfen uns... Jawoll, genau. Wir dürfen uns anscheinend nicht so viel bewegen. Oh, noo, no, 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 no. No! I went to see Monsieur Esperandio at the market, but he has no more work until next week. Oh Gott, das ist ja... Es wird ja hier ganz schön dunkel. Wie sieht's hier aus? Okay, hier geht's nicht weiter. Ja, nice. Schön, dass wir jetzt hier runter müssen. Hey, hey. Ich freu mich. Ohne... If you don't... Okay, 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 okay. Wir machen hier Feuer an. Weil es wichtig, weil wir dürfen nicht zu lange im Dunkeln sein. Okay, okay, okay. Wir gehen wieder zurück. Wir gehen wieder zurück. Okay. Warum haben wir hier so eine... Steinhäufchen? Okay, du wirst es ein... Ja, Skarabeos. Und wir haben drei weitere Gänge. Die hoffentlich uns Richtung Salim führen? Kann ich nicht einfach das Ding hier mitnehmen als... Fackel? Ja, das war jetzt mein letzter Streichhals. I don't get it, er wird... Oh, ja, zwei weitere. Okay, cool. Cool, 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 cool. Ich seh' nichts mehr. Es ist... Äh, uns geht's echt nicht gut, wa? Also, wenn wir zu lange im Dunkeln sind... Ist schlecht für uns. Wir haben aber auch ein Timing. Ach ja, auf. Ja, ich fühle mich jetzt nicht unbedingt viel wohler hier. Also. Und zehn, vier. Wir sind in irgendeinem Grabtunnel. Irgendwas. Und no. Holy Mother. Hier, was? Hier, mein Play, please, please. Ich kann die ausmachen. Ja. Als ob ich die jetzt ausmachen würde. Okay. Was hat uns jetzt jetzt... Also, bis auf, dass wir hier Streichhölzer gefunden haben und... So eine komische Figur hat uns das gebracht. Also eigentlich nichts. Why? Okay, hier, hier geht's nicht, nicht weiter. Hier geht's zurück. Hier, jumpen wir mal ganz kurz hier hin, damit wir uns hier kurz beruhigen. Gibt's denn eigentlich... So was wie bei den anderen Amnesia-Teilen... So eine Sachen... Wo ich, ähm... Sehe, wie mein Zustand ist. Anscheinend nicht. Wie heißt der Umkehrschluss? Ich hab keinen Zustand. Ähm... Warum kann ich das jetzt hier anfeuern? Und... Macht da gar keinen Sinn? Was ist hier los? Das... Hat ich gesehen. Was? Nach dieser Notiz bin ich verwirrt. Verwirrter als vorher. Wen hat er denn jetzt beobachtet? Also, mich kann's ja nicht sein, weil ich war ja nicht da. Äh... Okay, also wir gehen unserer Expedition hier auch weiter nach. Hier kommen wir nicht weiter, okay. Gut, dann springen wir jetzt hier rüber. Kommen wir hier auch nicht weiter. Cool. Na dann können wir auch wieder zurückgehen. Also wir sind jetzt hier hin, um den Hinweis zu bekommen. Und diesen Raum zu finden. Cool. Jetzt sind wir hier wieder bei den Steinen. Gut. Heißt jetzt im Umkehrschluss, wir gehen jetzt hier hoch. Gott. Ist ja gar nicht mal so... Ja, das... Es wäre schön. Wenn wir sowas finden würden. Hä? Jetzt sind wir wieder zurückgelaufen. Ich bin so clever. Kann ich das hier mitnehmen? Nein. Okay. So, wir gehen wieder zurück. Nee, wir gehen nicht. Nee, stimmt nicht. Verdammt, wir gehen hier komplett... Ja, ich bin... Ich bin so verwirrt. Orientierung gleich. Nicht vorhin. Warte mal. Bin ich jetzt hier lang gelaufen? Loll. Okay, das Ding macht eine Kurve. Oh, hier kurz Licht an. Okay. Aber hier sind wir dann schon auf dem richtigen Weg gewesen. Aber... Warte. Hier können wir doch nicht weiter. Oh, da hinten war doch der Raum nur. Okay. Also, wir sind immer noch auf der Suche... ...nach einer Fackel oder sowas in der Art. Ich hab keinen Schirm. Wie geht's hier denn irgendwie weiter? Also... Okay, hier geht's weiter. Okay. Okay. Oh, ich weiß, dass es uns im Dunkeln immer nicht so gut geht. Da hinten ist... Oh, die hier... Ja, ja. Okay. Wir müssen eine Runde balancieren. Ja, ja, ja. Wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Also, uns geht's denn immer nicht so gut anscheinend. Halt dich doch fest! Okay. Lass dich fallen. Ich weiß es nicht. I don't know. Ich weiß es doch auch nicht. Also, uns geht's nicht so gut. Irgendwie kommt mir das vor wie bei The Forest hier. Äh, das ist... The Sturbing Sides in Darksville in Cruz. Ja. Okay. Wie, wie kann ich denn... Okay. Sind wir jetzt gestorben? Sind wir... Was, was passiert jetzt? Ruhten wir jetzt zum Monster? Hm, aber wir haben Verbrennung, also... Das sieht nicht gut aus. Was ist da denn mit mir? Ja. Und ich frag mich immer noch, was ist das für ein... Hambad, was die da so rum hat? Das ist nicht der Weg. Wie kam ich hier? Ja. Also, wo sind wir jetzt... Was haben wir jetzt? Ja. Das ist ne gute Frage. Die Schmerzen. Es ist komplett weg. Warum kann ich diesen Stein hier nehmen? Warum zittert der so? Okay. Habe ich magische Kräfte? Ich weiß es nicht. Und ich hab auch diesmal nicht den Chat dabei. Ey, ich... Ich nehm es ja ganze... Äh... Stream auf. Oh. What? Was ist das? Ein Kompass? Wie komm ich jetzt da rein? Also, ich muss ja anscheinend da hin. Irgendwie. Hä? Lol. Kann ich da irgendwas machen? Der Spin nimmt sich auch gar nicht an die Hand. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Wie komm ich jetzt da hin? Schon sind die jetzt auf einmal. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich verstehe alles, was er gesagt hat, aber es ist so dumm, verdammt, 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 verdammt. Ich weiß, Selim, und ich weiß, dass du. Ich weiß, was du bist. Er wird es machen. Und du zurückkommst, wenn alles in der Hölle steht. Ich bin so verdammt, Henk. Ich weiß. Was? Okay, ich, äh, ich verstehe nichts. Aber wir sind, wir gehen weiter. Wir gehen, wir gehen weiter. Ist völlig in Ordnung für mich. Auch wenn ich von dem Game gerade nothing verstehe und gar nichts. Close your eyes, for sleep is coming. Hush now, Lullaby. Hopp is here, so don't you cry. Sleep well, Alice. Alice? Ist das unsere Tochter? Also wir sind es ja nicht. Ich hab ja zuerst gedacht, dass wir es sind, aber... Wir sind es nicht. Und was hat es mit diesen Aliens auf sich? Jemand hier? Kann mir jemand helfen? So ein bisschen? Und mir kurz erklären. Okay, da geht's auf jeden Fall weiter. Hier auch. Okay, ich verstehe. Wir gehen aber erstmal nach... Wir gehen nicht nach oben. Shit! Ja, war das jetzt so clever von mir? Ich glaube mal nicht. Und warum... Achso, es lässt sich... Okay, es lässt sich nicht weiter öffnen. Und was sind das für Pflanzen? Also, cool, Lichtquelle. Aber ich bin verwirrt. Ich bin so verwirrt. Was ist die Story? Also, ja, wir suchen immer noch Salim. Unser Mann. So, wir haben ein Artefakt an der Hand gehabt. Nein, nein, wir gehen kurz zurück. Wir wollen erstmal nochmal kurz erkunden gehen. Ob es hier noch... Weitere Sachen gibt, wie das hier. Okay, ich kann es anmachen, aber bringt mir das irgendwas? Also, ich glaube nicht. Gut, dann gehen wir einfach weiter. Weil es so schön ist. Und wir jetzt anscheinend in einer anderen Welt sind. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Das ist die Welt, wo wir... Die wir gesehen haben, wo wir abgestürzt sind. Ja, das denke ich mir auch gerade. Was ist denn für eine Statue? Kann ich die schubsen? Jeder... Irgendwie weg? Fahr runter. Okay. Haben wir... Was passiert jedes Mal? Also sterben wir und verwandeln wir uns denn? Und... Haben fiese Flashbacks? Und wachen dann auf einmal wieder irgendwo anders auf? Ne, doch nicht. Also doch... Also wir sind ja woanders, oder? Und uns geht es immer schlechter? Habe ich das Gefühl? Ah, okay. Also... Gut. Wir sind anscheinend gestorben. Würde ich jetzt mal behaupten. Und müssen jetzt den Pfad nochmal lang laufen? Laufen? Okay. Also wir hätten anscheinend... Hier sind wir anscheinend umgekommen. Wann? Okay. So, jetzt sind wir hier vorne. Bei der Statue. Bei der wir... I don't know. It's glowing again, okay. Was haben wir denn hier? Nothing progresses. Time does not change things. Light does not move across the sky. Nor does it grow dimmer or brighter. And yet time must pass. My mouth is dry and I feel the pangs of hunger. Weaver... Wears? Nodes predicted instability of the flow of the time around in junctions between worlds, where one step might carry one between years, but might preserve the body in its current state. Or indeed. We are where the body changed. But time does not pass... Pass for the world around. Is that was... Is that what has happened? Is this whole world frozen in a moment after destruction? How could I ever tell? And what would change if I knew the answer? I've given up on the attempt to find a portal. I have no... 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 dass ich die Weyer-Präsidenten auf die Schwierigkeiten der Fabrik zwischen den Worlds vermitteln kann. Wenn nur ich sie in so einer Form bezeichnen könnte. Aber anscheinend nicht. Okay, weiter geht's. Also, ich weiß ja nicht. Wir folgen mal den Lichtern. Weil dahinten geht's auch nochmal lang. Wir folgen trotzdem mal den Lichtern. Okay. Achso. Why are you holding our backflowers? Press longer to go further. Nice. Wir können also Sachen wieder werfen. Wie schon in den Teilen davor. Haben hier so ne... Verputte Map? Ah, Testament. Oh, oh, okay. Was haben wir hier? Das ist wahrscheinlich das Ding, was wir am Arm haben. Oh, da ist wieder der Brandenburg. Oh, das ist ja nicht. 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 Aber ich bin der erste Mensch, die Boundaries zwischen den Worlds. Ich, Professor Thurston, bereits Herbert, von Cambridge, England, war der erste. Oh Gott, forgive me. Okay. Also er war der erste, der das hier alles gefunden hat. Und das scheint hier Professor Herbert zu sein. Toil, 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 toil. Weak Ports, but not Amulet. Okay. Sehen wir dann hier irgendwie irgendwo, wo wir sind? Weil wir haben ja ein Amulet. Ne, also wir können ja hier mit diesem Amulet Sachen öffnen. Okay. There is a shadow of the dead in the ruins. Those who lived here were human or near it. So, perhaps this was a Cer-Suda. Cer-Suda? After all. Or Eden. Or some other stronghold of humanity. But whatever this place once was, it is a shadow. These must have been the gate builders. But what horror could cause the destructions? Surely even the shadow cannot destroy a whole world. There is no sign of a portal. Even if we are to find one. The orb was lost to the shadow. And I do not have another one. There is something else here string in the fog. I see bright lights as it hunts. And here it's Christ. Do not think it is alive. Okay. Good. Zum Glück haben wir, wie gesagt, so ein Amulet. Wo wir uns ja dahingehend helfen können. Um hier wieder rauszukommen. Weil wir scheinen ja wirklich in einer anderen Welt zu sein. Und jetzt ist nur die Frage, wo sind diese weak points? In die Richtung auf jeden Fall. Oder besser direkt in die da. Ja, so da lang. Ist jetzt natürlich schlecht, dass wir jetzt hier lang gehen. Direkt durch die Nebel. Oh, die sehen nichts. Da hinten ist wieder was. Da kommen wir erstmal hin und rennen. Okay. Okay. Er rastet hier aus. Ja. Also vor uns scheint irgendwas... Großes zu sein, aber ich komm da nicht hin. Oh doch, da ist er. Oh doch, da ist er. Komm mal auf! Oh, thank god. This looks promising. Okay. Also wir sind back. Back in the game. Äh, okay, wir kommen auch nicht mehr zurück. Nope. What the hell was that? Moving while crouching, press less noise. What? Oh god. Wo geht's denn jetzt? Also ich dachte wir sind back in the game. Also back in, 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 in our hood. Sind wir aber anscheinend nicht. Hm. Okay, das scheint aber jemand zu sein, der... All dead. Ja, okay. Warum? Und warum schleiche ich? Weil die scheinen ja noch nicht böse zu sein. Also so. Christ. Gott. Okay. Ich, ich, ich weiß gar nicht. Also was... Kann ich denn jetzt hier machen? Bin ich auf dem richtigen Weg? Ich hoffe. Okay, hier geht's nach oben. Weil wir müssen jetzt zu dem nächsten... Point of interest kommen. Also... Da hinten anscheinend. Da. Da, 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 da müssen wir hin. Ist jetzt nur die Frage, wie kommen wir da hin? Okay, hier wahrscheinlich nicht lang. Wahrscheinlich eher so hier so lang. Und hier ist jetzt die Frage, macht das... Die... Okay, hier abheben. Wie komme ich jetzt da hin? Weil da scheint es ja zu sein. Aber ich muss einen mega Umweg laufen. Und darf anscheinend auch keine Geräusche machen, weil wir verfolgt werden. Ich weiß es halt nicht. Weil wir hatten ja diesen Hinweis bekommen mit... Äh... Wir machen weniger Steps, wenn wir... So und so laufen. Okay. Okay, 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 okay. Also wir haben es erstmal bis hierhin geschafft. Cool, 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 cool. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das so gut ist. Aber ich würde sagen, ja. Ich sehe nichts. Aber hier sind auf jeden Fall nochmal Kerzen. Also... Licht würde ich sagen, ist immer... Ist immer unser Freund. Und? Fuck. What the fuck? Was bist du? Muss ich mich hier jetzt verstecken vor den... blauen... Lichtern? Dann dürfen wir... Also dürfen die mich nicht scannen oder... Was ist... Deren Bedürfnis? Okay, denen geht es allen nicht mehr so gut. Oh Gott. Was könnte das... Ja, ich weiß es auch leider nicht. Okay. Also hinter uns ist erstmal keiner. Und ich muss jetzt das Ding hier raushauen, richtig? Okay, jetzt kann ich auch mal hier... Gibt es das Ding? Gibt es das Ding? Wo sind wir denn jetzt gelandet? Bei uns zu Hause? Oh, Alice in Wonderland. Ja, cool. Cool, 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 cool. Eine Krippe. Oh, wir sind Architekt, also Architektin. Get out of here! Get out of here! Okay, also wir scheiden entweder eine Künstlerin, Architektin oder sonst was zu sein, aber ja. Ja, cool. Unser Hochzeitsfoto. Ich bin nicht interessiert über das Schilderwerk. Das ist so offiziell, wie ich es muss sein. Ich liebe dich, Selim. Lass den verdammten Ring auf. Oh, mein Herz. Lass den verdammten Ring auf. Und du weißt, dass du meine künstlerkriegst. Okay. Okay. Cool. So gut, können wir denn... Salim? Okay. Salim? Hallo? Ich komme zu dir. Dein Gesicht ist... Dein Gesicht ist... Was ist... Es scheint wirklich unsere Tochter zu sein. Oh, no, no, no. Haben wir... Haben wir unsere Tochter verloren damals? Und... Sind deswegen irgendwie... Okay. Oh. What? Äh, was passiert hier? Äh, kann ich... Irgendwo auch noch hin? Loll. Okay. Was? Ich muss sagen, ich verstehe Wirklich nicht so viel bis jetzt Von dem Game Aber okay Jetzt sind wir wieder in den Höhlen Was ja einerseits okay ist Weil wir sind dann zumindest nicht mehr in dieser anderen Welt Aber trotzdem irgendwie Ich frag mich immer Wie kommen wir hier hin? Also wie sind wir hierher gekommen? Ja Stimmt, ich kann nicht rennen Okay Hier seh ich nicht so viel So, damit es mir ein bisschen besser geht Machen wir es mal so Das war jetzt natürlich nicht so flug Äh, was kann ich damit machen? Okay Nichts Gut Hier geht es dann wieder weiter Mit meiner Ruhe Ja, aber warum? Okay Hier geht es nicht weiter Na toll Tolle Wo ist Ja, aber hier seh ich wieder nichts Es ist Hey, also Es ist dunkel Es ist gruselig Es ist einfach alles Und die Streichhölzer halten einfach mal Gar nicht Ja, ich fühl mich auch grad nicht so gut Kannst du ein bisschen schneller laufen? Da hinten das Licht Ja, ich auch Und hier gibt es die Fackeln, die ich endlich mal mitnehmen kann Nein, natürlich nicht Dafür gibt es hier einen Durchgang Warum? Hier, wait Okay Also Ich weiß ja nicht Oh Gott Was macht denn hier unser Unser Nein Das ist ja der Teddy hier, von dem wir mitgenommen haben Wir sind schwanger? Okay Ja Super Dass du dich jetzt dran erinnerst, dass du schwanger bist Okay Und warum geht man denn auf so eine Expedition dann? Also Die ist ja gefährlich Ja, wo bist du hin? Oh Gott Bist du das? Nein Nein, nein, nein Oh nein, bitte Nein, nein, nein Oh, oh Salim Nein, bitte, mein Lieber Ich bin hier Ich bin hier Jetzt, bitte Bleib, bleib für mich, bitte Mein Herz Hier, mein Herz Oh Gott Ja Okay Äh, kann ich? Ich kann ne Lampe nehmen Und was hat er noch geschrieben? Ich weiß, dass ich nicht leben werde Es wird nicht wehren Ich habe dich verloren, Tazzy Es ist nur für eine Zeit Ich weiß, dass du weg bist Du trägst etwas so preis Lebe für uns, Tazzy Lebe für das Kind Lebe Und bin frei Und auf jeden Schmerzen Tag werden wir alle zusammen wieder sein Weiß, dass du mein Herz Okay Das ist natürlich Ja Schwere Kost Muss man ganz klar sagen Oh no Wir haben zwar ne Lampe Aber ich seh Was? Ich kann hier Ich kann nicht bleiben Ich bin so, so, so in meinem Kopf Ich mache alles, was ich kann um sie sicher zu halten Okay Dann lauf doch Warum läufst du nicht? Also Das habe ich schon fast schneller gesehen Fräulein Ach doch Also Was ist denn? Warum? Ja, nun spring runter Ja Ich weiß jetzt nicht Das lief jetzt nicht so gut Oh fuck Ja Fuck this I can't do this Not without you Ja, aber Was Not without you Also Jetzt hat er sich bestimmt nicht ausgesucht Da war er auf der Suche nach dir Also eigentlich Obwohl du im Flugzeug warst Die ganze Zeit Ja doch Ja doch Okay Wo ist jetzt unsere Wo ist jetzt die Taschenlampe? Hallo Ich sehe nichts Okay War das jetzt ein Hinweis Oder Was war das? Okay Wir kommen hier raus Ich sage mal so Sully war auf der Suche nach uns Ist dabei gestorben Ich denke das ist ihre Worte für ihn Und Wir haben aber dann noch eine Tochter Oder ein Kind zumindest Und sind noch mit dem zweiten Kind schwanger So Wir sind doch jetzt raus aus der Höhle Können wir jetzt nicht einfach wieder Weck nach Hause Also Okay Hier kommen wir schon mal nicht mal rein Also Macht es jetzt nicht Sinn Abzuhauen Und zu sagen Schau Schau wo wir sind Wie gehen wir woanders hin? Schau Ich kann nicht glauben Ich habe das vergessen Okay Also wir können Wir können Unser Baby checken Okay Okay Find die anderen Get her Both of us But this isn't right Is it? I wasn't this Vergon Hä? Gibt es hier noch irgendwelche Nützlichen Sachen Die wir mitnehmen können? Streichhölzer beispielsweise? Eine Fackel? Eine Lampe? Wird die Lampe jetzt eigentlich noch mit dabei? Yes Aber die müssen wir wahrscheinlich genauso Wie in den anderen Teilen Aufladen Oder nicht Also wäre jetzt so eine Idee Von mir Okay Die Kisse kriegen wir nicht auf Schade Ich dachte wir kommen da rein Aber Nö Nicht diesmal Ah Wenn ich krieche Federt das Mein Sturz ab Na das ist ja toll Das ist ja auch mal eine Mechanik Wo müssen wir denn jetzt hin? Wir gehen jetzt erstmal hier hinten lang Okay Hier ist nichts Sackgasse Können wir nicht einfach jetzt wie gesagt Wieder weg Einfach hier durch Und sagen Tschüss Ich komme nicht rein Also raus Oh warte mal Aber ich komme hier rein Ja Lass mich doch durch Was steht hier? Sackgasse Ja okay Also eigentlich nicht Aber gut Hat viel zu machen Was haben wir hier? Ein schönes Foto von einer netten Dame Okay Ein Code Einfach ein Code ED0212121313131 AB641 Aha Muss ich das verstehen? Wahrscheinlich nicht Also ich hoffe nicht Okay Noch mehr Damen Okay Okay Ich verstehe Mach doch Mach doch auf Ach da ist eine Schranke davor Deswegen kam ich da nicht durch Aber jetzt komme ich durch Okay Also hier geht es anscheinend dann auch nochmal weiter Jetzt ist die Frage Hier geht es aber auch nochmal weiter So wollen wir jetzt Jetzt kopieren Achso hier ist nur ein Zelt Okay Lass uns mal ganz kurz hier gucken Ob wir hier noch was interessantes finden Wie zum Beispiel Streichhölzer Oder eine Laterne Die wir nicht mitnehmen können Schade Ich bin also echt gerade ganz kurz Sorry mal für mein sehr stotterhaftes Englisch heute mal wieder Aber ihr seid es ja gewohnt There was a fighting There was a fighting And they are always in Is in Such matters But the Calhannan Well Well flee And made their Peace Through trade In salt and meat Okay Ich brauche Streichhölzer So wie hier Haben wir hier auch nochmal Streichhölzer Nein Hier auch nichts Nix Nein 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 Oh warte Nein Okay Wird er sein können Aber Nee Gut Hier geht es nicht weiter Also kommen wir jetzt wieder unten lang Durch unser kleines Türchen Was wir aufgemacht haben Und können gucken Ob wir Hier hinten Hier stattfinden Oder Irgendwie Hilfe Damit wir hier wegkommen Ja oder Wir haben wieder so ein grünes Was will uns dieses Ding damit sagen Ja Warum Ja Ich auch Aber warum Also warum sehen wir das Wo geht es hier hin Hier scheint ein abgesperrter Bereich zu sein Den wir nicht öffnen können Schade Und hier gibt es anscheinend irgendwie ein Gebäude Von den Franzosen Welcome to the end of the world Leon Let's take a look ahead Rest of you Hold tight here Won't be long Tati What's the sign say Mein Freund ist Pisspoor Just Just that they were a long way from home Ja Ist aber nett übersetzt Und zum Glück ist es nicht französisch Und wir haben hier schon wieder so ein Oh Gott So eine Malereien Mit Toten Und No Ja Das müssen wir glaube ich nicht weiter übersetzen Das glaube ich Versteht jeder Gut hier haben wir nichts weiter Ne Na dann gehen wir doch mal rein Bei so einer schönen Begrüßung Oder nicht Na okay komm Wir machen da Precious June And look at you Okay Also wir haben immer so eine kurzen Sequenzen Von unserer Tochter Oder Kind Also von unserem Kind Kann ja auch ein Junge sein Ja war ja Gute Frage Warum Müssen wir hier irgendwas öffnen Okay Also hier gibt es zumindest keine weiteren Ja moin erstmal ein Panzer hier Und Gräber Oh no 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 Was ist Das ist der Doktor Was Bist du denn Du bist da oben drin oder was Okay Wir gucken uns erstmal an Äh hier oben An genau Was wir hier noch so finden Also vielleicht finden wir ja noch weitere Notizen Ne Loot Loot Für Loot bin ich immer zu haben Aber sieht nicht danach aus Es sieht nicht Danach aus Quartiermeister Stores Okay Kann ich mir jetzt hier irgendwas mitnehmen Von Quartiermeister No entry without the Artillery of the liver Ja Also wir können hier überall irgendwo rein Aber ich weiß nicht ob ich das wirklich will Weil hier haben wir jetzt auch irgendwen gehört Äh Vermutlich den Doktor Vermutlich den Doktor Aber Ist auch nur ne Vermutung Okay Okay wir gucken uns jetzt nochmal hier hinten kurz die Gräber an Und dann gehen wir glaube ich mal hier in das Hauptgebäude rein Hier hinten geht's ja auch nochmal weiter Oh no Oh Gott Das ist Das geht doch nicht Das kann doch nicht gut ausgehen Ja Ich glaube die das hier hingezimmert hätten Also Niemals Hier können wir immer rund rum laufen Okay Da oben müssen wir ja auch irgendwie hinkommen Alter Okay wir gehen jetzt erst mal hier in das Haupttor Weil da haben wir ja die Stimmen gehört Vom Doktor Also eventuell Ne Und dann gucken wir mal ob wir den finden Wenn er noch lebt Wer weiß Und ich weiß nicht ob irgendwas mit der Tochter passiert ist Weil warum haben wir den Teddy die ganze Zeit dabei Also mit dem Kind Sag immer Tochter Aber Ich also Ja Ja Hallo All can be used to refer your letter Okay also wir finden auf jeden Fall wieder Öl Um die Laterne wieder auf zu Äh Ich bin noch hier Just keep talking Keep talking I'll find a way I'll find a way Ja aber wir sind nicht hungrig und also vielleicht schon aber Weiß ich nicht ob das richtig ist Achso Okay Wir haben zumindest erst mal wieder aufgeladen What the fuck Was ist der Begehr? Was war das? Okay Sweet Paris Ja Sieht alles schön aus Aber wir sind doch trotzdem hier an der falschen Stelle Oder Sicht ist anders Also Oder Sicht ist falsch Wahrscheinlich nicht Wie gut dass die Jetzt leer ist Okay Hier geht's nochmal weiter Christ Wir dürfen ja wie gesagt nicht so lange im Dunkeln stehen Hier sind überall Zettel Was haben wir hier? The ashen mother of Genie Of healing Was Sucur In the wild wilderness She is wild and Capricious She cannot be summoned But if her sympathy is Roast She may choose To bestow Her favor Giving of her body To quench The thirst of the dying And Guiding Those who wander In the soft places Also Ja Ja Aber hier komme ich nirgendswohin Okay hier waren wir schon Okay Wir akklimatisieren uns ganz kurz hier mal Äh Ne hier sind wir doch gestartet Oh Hier geht's nicht mehr so gut Wieso geht's hier nach oben? Ich raffe nichts mehr Okay hier ich raffe noch weniger Es ist ja Ich verstehe einfach nichts So jetzt gucken wir weiter Ob ich hier irgendwie vorwärts komme Aber ich Verges not Hier habe ich mir eine Notiz gemacht Zu irgendwas Achso Hier fehlt mir ein Teil Zum Dass ich hoch und runter Springen kann Oder was Okay wait Machen wir hier kurz Licht an Äh Äh Above Ich suche die ganze Zeit Müseligen Lampen Hier waren wir doch Also Au Okay Kommen wir hier irgendwie weiter Ja Also hier waren wir ja auch gerade schon drin Aber wir kommen hier nirgendswohin Nochmal Streichwärtser gefunden Notizzettel gefunden Oh Ja Er scheint okay Between you and me Ich denke er ist der Trinker Okay Hier kommen wir nicht durch Sehr gut Gut dass wir hier hochgeklettert sind Aber Was ist denn jetzt unsere Also Wie geht es denn da jetzt weiter So Und jetzt Ja hier fehlt auch eine Maschine Und zwar diese da Okay Springarm bed frame Leather dry drill Sturdy frame bench Winch From elevator Wo ist hier jetzt Diese Diese Geschichte Mich hier irgendwie Jump and run action mäßig noch höher Ja komm ich Komm ich hier noch irgendwie höher Wahrscheinlich nicht Ne Wär auch zu einfach Wär auch zu einfach Gut Also irgendwo müssen wir Diese Sachen finden Oder und oder Wir kommen Da an Wo des radios So hier waren wir Da waren wir Hier hatten wir den Typen Irgendwo ging es doch hier auch hoch War mir nicht blöd Ah Damit kann ich doch jetzt wieder zurück zum Elevator Wo ist der Wo ist der Hier bin ich ja komplett zurückgelaufen Da vorne ist der Fahrstuhl Hier kann ich das doch jetzt reinpacken Oder nicht Jawohl Ähm Achso Ja Von hier aus kann ich das nicht bedienen Ne Schade Heißt ich muss hier noch Bretter dazwischen legen Also Bretter die passen Also so Okay wait Wait Okay Ich hoffe das ist so geplant Gewesen Wir fahren jetzt Fahrstuhl Okay Und sind What the fuck Wo ist er hin Und hier bin ich nicht richtig glaube ich Nope 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 Oh Gott Das war jetzt der Schatten Ich dachte gerade für einen kurzen Moment Das äh Ja das äh Oh Gott Das ist das Monster Aber nein What was it What did you see Miss Triana What did you see I äh I don't know It was just a shadow A ghoul It was a ghoul Jetzt haben wir hier gelandet Äh Ja Was Was haben wir jetzt hier Ich kann überall noch was anzünden Aber ich will noch nichts anzünden Oh warte mal Öl Öl ist immer gut Ich brauche auf jeden Fall mehr Öl Also Öl ist glaube ich Key Ohne Öl kommen wir Kommen wir nicht weiter War gut Schauen wir mal Kann ich hier jetzt einfach Irgendwie was durchwerfen Geht das Nein Schade Okay Aber jetzt noch Jasmin Okay Okay Ich liebe sie Was haben wir hier Bin ich hier durch Oh nice Ja damit habe ich nicht gerechnet Aber cool Nehme ich mit Öl Nehme natürlich auch mit So können wir dann Zumindest schon mal Re Reconnecten Mit dem Öl Okay Also wir haben erstmal wieder Aufgefüllt Und es gibt anscheinend zwei Varianten von Öl Was du finden kannst Also grösentechnisch Finde ich jetzt nicht Shit Shit What the fuck War das denn jetzt bitte Okay Hat mich auch gar nicht erschrocken So gar nicht Gar nicht Alter Hier ist eine Kanone Hier gehen wir nicht rein Wir auch nicht Okay Hier ist der Aufzug Ja Aber wie kommen wir jetzt da runter Das ist doch der interessante Punkt Okay warte Kann ich hier irgendwie Was greifen Hallo Ich komme hier nicht Okay warte Wait Da geht's runter Wie komme ich da hin Ah warte mal Kann ich das hier einfach Nein Hier auch nicht Und da komme ich nicht hin Hier hinten komme ich auch nicht durch Schade Hier auch nicht Und da liegen auch einfach Leckt mich aber nicht Okay Den Jungs Geht's nicht mehr so gut Also gar nicht gut Ja Das weiß ich auch nicht Warum die sich selber umbringen Ich kann aber auch nichts machen Jetzt weiß ich Warte 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 Wir brauchen ja Gewicht Freunde Und was haben wir Mit Gewicht Da Ding Wollen wir nicht schieben können Warte kurz Machen wir hier Licht an Okay Nee Nee es funktioniert Jetzt ob der uns die ganze Zeit beobachtet Aber hier komme ich auch nicht hin Also hier komme ich nicht runter Lass mich doch hier runter Okay Wie Zum Teufel Kommen wir da hin wo wir hin wollen Kann ich irgendwas mit dir hier machen Nee auch nicht Okay ich bin verwirrt Aber dann schauen wir mal Hello Hello Ich will hier irgendwie dahin Aber ich habe keine Chance Dahin zu kommen Vielleicht mit der Kiste Dann holen wir uns noch mehr Mit Stuff Wenn wir den tragen können Ist hier noch irgendwas zu tragen Hab ich hier noch eine Kiste die ich tragen kann Ich kann sowas hier tragen Ich raff es nicht Achso warte mal Kann ich das hier einfach anmachen Lol Okay Wait Das ist aber interessant Weil Ich hatte doch vorhin War das hier oben Ich glaube nicht Äh Hatte ich doch noch Hatte ich doch noch Infos Nee Ach Infos Was erzähl ich denn Ich hatte doch vorher noch die Die Soldaten Wo waren die denn Die waren hier drin Oder Genau Ich kann doch bestimmt Das hier raus Nee kann ich nicht Kann ich nicht Lol Ja Ich bin doch hier im Licht Oder nicht Also eigentlich Müsst du doch Doch auf Ah So Und jetzt kann ich dich pushen Okay Ist aber auch Das war jetzt aber auch ein Rätsel wieder für mich Das ist ja Er hat es mal gewollt Ja Das war gewollt Ich sag mal Das sieht nicht so gut aus Für die Jungs Aber cool 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 Können wir jetzt hier mit ihm telefonieren Hallo 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 Doktor Are you there Yes 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 Eva Is that you Oh Thank God It's Tazzy Tazzy Trianon Ja Trianon Tarsi Tarsi Tari 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 Ich weiß nicht... Doktor, wo sind Sie? Wir haben eine Hilfe gefunden. Menschen, eine Stadt. Aber Jasmin, sie ist nicht gut. Die Forte? Ja, die Forte. Geh durch die Mautenpass, und es ist vielleicht eine Stunde nach dort. Die Mautenpass? Ja, ja, ich sehe die Stadt hier, auf der Mappe. Oh, danke Gott. Aber... Doktor, bitte... Ja, genau, jetzt bricht das Gespräch einfach ab. Klar. Was? Was? Doktor, Doktor Mercier! Ja, das... War jetzt, weiß ich nicht... War das hilfreich? Die Stadt. Die Doktor sagte, es war durch den Pass, hier, auf der Mappe. Also, ich muss nur meinen Weg finden. Ja, hm, der Weg ist ja auch gar nicht so kurz. Muss man ja auch ganz klar dazu sagen. Alter. Okay. Da sind wir, glaube ich, ein bisschen beschäftigt. Wir horchen mal ganz kurz. Ich muss nicht erschrocken. Ich muss nicht erschrocken. Okay. Okay. Also, gut. Versuchen wir uns dahin gehend auf den Weg zu machen. Soweit wie wir können. Mal ganz kurz... Lassen wir unsere Lampe wieder auf... ...möppeln. Ja, mit mir auch! Ach, du Scheiße. Was ist meinst du, was uns auch schon gefolgt hat? Okay. Gar nicht creepy. Vor allem, weil ich es auch gerade die ganze Zeit gehört habe. No way. Was ist denn hier passiert? Macht doch nicht sowas. Kann ich Werkzeug, irgendwas mitnehmen? Also... ...als Waffe oder so? Hinge das? Oh, hier. Tschüss. Ich bin weg. Du Scheiße. Ich bin weg. Was? Okay. Also, wir sind jetzt erst mal wieder entkommen. Fuck. Ich denke... Ich denke, es ist gestoppt. Ja. Nee, ist klar. Also, ja. Ich hoffe es auch. Schau, 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 schau. Schau, schau, schau. Schau, schau. Schau, schau. Ich kann es machen. Schau sie durch. Es kommt. Es kommt. Es kommt. Malik. Malik. Malik, verdammt. Schau hier. Also, ich glaube nicht, dass wir uns mit Waffen töten können. Zumindest... ...suggeriert mir dieses Bild das. Wir fuhren. Wir fuhren. Von dem Ding, das cool ist. Nachdem es Jonathan töten. Wir haben es geholfen. Wir fuhren. Wir fuhren die große Garten in den Pass. Frage, wo gehen wir jetzt rein? Also, gehen wir jetzt... Hier rein? Hier kommen wir nicht rein. Nicht auf meinem. Nicht auf meinem. Ja, nehmen wir doch einfach den Panzer hier. Können wir mit dem noch fahren? Also, einfach so durch? Ich meine, wir können da unten noch rein. Und wir können hier oben nicht rein. Schade. Das können wir hier nicht öffnen. Wäre auch zu einfach gewesen. Das können wir hier auch alles nicht öffnen, okay. Okay. Na dann... Lass uns... Okay. Falschaden. Dann lass uns hier rein gehen, wo wir nicht rein können. Das ist noch zu nice. Weil hier will ich jetzt nicht immer rein. Da können wir nicht rein. Hier brauchen wir einen Schlüssel für da hinten. Könne ich den hier hoch? Gäbe es hier noch eine Möglichkeit reinzukommen? So Jump'n'Run mäßig? Nein. Schade. Schade, schade, schade. Okay. Wir gehen nochmal in... In... Hier rein. In den Quartiermeisterraum. Weil... Da sind wir ja panisch einfach jetzt gerade nur rausgerannt. Um... Vor dem Viech wegzukommen. Aber... vielleicht gibt's ja hier auch noch was. Also... zu finden. Hier gibt's zum Beispiel schon mal nichts. Wie gesagt, wir sind hier nur panisch... durchgerannt... ... 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 Okay, aber hier gibt's auch nichts. Also... ... außer Streichhölzer, die ich nicht mehr nehmen kann. Okay. Okay. Er ist schon komisch. Weil... ... mir fehlt, wie gesagt, aber noch... ... der Schlüssel. Aber gut, gehen wir erstmal wieder raus und gucken, ob wir draußen vielleicht den Schlüssel finden. Oder... ... ob das irgendwo anders weitergeht. Jetzt da nochmal reingehen, macht ja eigentlich keinen Sinn. Also hat der jetzt hier in dem Fall auch keinen Sinn gemacht. Weil ich ja eher gedacht hätte, dass ich hier irgendwo den Schlüssel finde. Aber... So täuscht man sich. Okay. Okay. Also durch diese Tür wollen wir durch. Aber wir haben nichts. Also bis auf der Panzer. Bei dem Panzer kriege ich... ... kriege ich den noch irgendwie bewegt? Komm ich hier irgendwie rein? Gibt's hier einen Eingang? Gibt's hier irgendwas? Wait, wait. Ist das hier? Samteckel? Loll. Okay. Okay. Wie krieg ich das jetzt hier auf? Komm ich von hier oben auf einmal? Kann ich von hier rein? Was bist du denn? Loll. Okay. Okay. Einfach mal ausprobieren, ob man hier so dahin... Was ist das hier? Ein Schlüssel! Achso, warte mal. Geht das nur in die eine Richtung? Ja. Geht nur in die eine Richtung. Schade. Sonst noch irgendwas hier drinnen? Nee? Okay. Also wir haben aber jetzt den Schlüssel gefunden. Zumindest... Ich hätte jetzt gedacht, dass wir den vielleicht irgendwie bewegen könnten hier. Aber... Nee. Können wir nicht. Aber wir haben einen Schlüssel. Und mit dem Schlüssel können wir doch bestimmt... Hier hin? Yes. Nice. Okay. Okay. One. One. Okay. Eins, eins. Okay. Wissen wir jetzt eigentlich, wo wir jetzt hier drinnen sind? Also... War das unsere To-Do? Außer, dass wir jetzt hier rein können? Oder wissen wir zumindest. Ja... Es riecht nach Tod. Okay. Also... Eigentlich nicht, aber... Sulfur-Sulfur-Sulfur-Powder, 8 Cups Salpeter und 1 Cup Mild Charcoal. Äh... Und was mache ich damit? Achso, damit kann ich Munition herstellen? Ernsthaft? Das ist das, was wir wollen? Hier sind Sprengfallen. Kann ich die, äh... Könnten wir die anders auslösen? Also... Äh... Vielleicht auch gar nicht? Do not use on metal. Oil blade after use. Okay. Dann... Immer noch einen Notizzettel. Ein paar Streichhölzer. Okay, das heißt, wir müssen wieder was zusammenmixen. Okay. Okay. Ich kann doch hier rein. So. Gut, muss ich vielleicht da rüber springen dann? Ach, das ist die Trap. Ich verstehe. Kann ich hiervon irgendwas mitnehmen? Nee. Charcoal. Charcoal. Was kann ich denn jetzt hier machen? So. Oh, ein Hammer. Noch mal Streichhölzer. Okay. Können wir hier die Tür dann wenigstens so verbarrikadieren, dass wir wieder raus und rein können? Sehr gut. Wenigstens etwas. Mother of God. Was passiert hier? Ach du Scheiße. Was ist denn hier passiert? Okay. Vielleicht ist das nicht so eine große Idee. Ah. Okay. Wait. Gehen wir ganz kurz hier nochmal rein. Machen die nochmal zu. Gehen jetzt nochmal raus. Damit wir wahrscheinlich hier rüber springen können. Also, so würde ich das jetzt interpretieren. Okay. Ein bisschen Jump and Run. Als Schwangere. Kann man. Kann man machen. Kann man. Kann man machen. Was sind das für Cubes hier? Okay. 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 Also, wir haben zumindest schon mal zwei coole Sachen gefunden. Die für uns wichtig sind? Die für uns wichtig sind? Ah. Okay. Wir kommen trotzdem nicht rein oder raus. Aber ich bin mal. Ich sag mal so. Ich bin nicht traurig drüber, dass wir das entschärft haben. Okay. Gut. Gehen wir mal wieder raus. Raus. Oder auch nicht. Weil wir kommen nicht mehr zurück. Ähm. Dann ist jetzt schlecht. Und ich. Also. Klar. Wir müssten wahrscheinlich. Hier jetzt wieder zurückkommen. Aber irgendwie auch nicht. Außer wir haben noch einen Schlüssel. Hast du einen Schlüssel? Hast du einen Schlüssel? Du siehst nicht aus, als ob du einen Schlüssel hättest. Du hast nur eine Granate. Geht die irgendwie ab? Nein, 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 nein. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Also. Ne? Geht auch anders. Aber. Irgendwie wusste ich mir jetzt noch nicht zu helfen. So richtig. Gut. Gehen wir erstmal hier hin und packen hier den Stuff irgendwie hin. Oder hier rein. Okay, ne, doch nicht. Äh. So, Salpeter, Charcoal. Charcoal haben wir schon. Sulfur haben wir auch schon. No Bullet. So, Salpetersäure fehlt uns jetzt noch. Okay. Wo kriegen wir jetzt diese Salpetersäure her? Gunpowder Mix. A cup of Sulfupowder. Eight cups Salpeter. Und a cup of Milchcharcoal. Ja. Und. Huch, falsch. Ja, das wollte ich nicht. Ey, ich versteh das nicht. Muss ich das hier reinpacken? Äh. So, jetzt. Okay. Okay. Damit haben wir jetzt zumindest dieses Charcoal. Richtig. Okay, das muss ich noch irgendwie umfüllen. Ich weiß nur noch nicht, wie. Äh, und jetzt. Anmachen? Und Deckel drauf? Ist das richtig? Okay. Okay. Und jetzt habe ich hier die... Äh, äh. Dings. Okay, jetzt fehlt mir immer noch Salpeter. Hey. Okay. So. Wo könnte sich das jetzt noch verstecken? Also, wenn wir hier keinen Salpeter finden. Müssen wir draußen einfach nochmal gucken. Weil, bringt uns ja nichts weiter, ne? Also, wenn wir jetzt hier die ganze Zeit am Rumrennen sind und nachher ist Salpeter vielleicht komplett woanders. Wo wir als erstes mal gucken könnten wäre, weil wir ja da vorhin, wie gesagt, komplett durchgerannt einfach nur sind, wäre, ähm, beim Quartiermeister. Was war da vielleicht noch was für? Weil wir ja dann mit dem also, ne? Mit dem Viech, was uns dann verfolgt hat, sind wir nur weggerannt. So, und vielleicht finden wir ja da noch weitere Potenzilien Rezepte also Rezepte nicht, aber also irgendwie meh. Würde mich auch wundern, wenn wir jetzt hier was finden, weil alle anderen Sachen haben wir ja auch auf der anderen Seite gefunden. Wir haben ja jetzt nichts gefunden, was irgendwie hier war. So, weil so hier warte mal, hier haben wir den Store. Was bist du? Du bist leer. Teppiche. Flasche. Seile, Seile. Nooil. Ey, da kann ich ja auf der anderen Seite ja so lange suchen, wie ich will. Ey, sag mir. Okay. I'm out. Vor allem, hä, hat ihr mehr Angst vor mir, als ich vor ihm? Also. Shhh, shhh, äh, It was a dream. Just a dream. Okay. Was ist hier los? Und dann hatte unser Kind einen Albtraum? Du wie, das ganze Spiel für mich jetzt hier, also, ist ja... Wir wissen immer noch nicht, was für vier, das sind die uns verfolgen. Wir machen jetzt... Okay. Wir stellen jetzt Munition her, wo wir auch nicht sicher sind. Was? Wie da weiter geht. Also, klar, wir müssen wahrscheinlich mit der Munition, die wir jetzt herstellen, da Dinge in den Panzer rein daddeln. Äh. Und die Tür aufschießen. Schießen? Oh, well, I've got something. Well. And so far, I still have all my fingers. Head up and try it out, I guess. Hat sie schon mal jemals ein Panzerfeuer bedient? Also, weiß sie... Also, weiß sie... Also, weiß sie... Also, weiß sie... ...wie so was... ...nachgeladen wird und... I don't know. Also, ich wüsste es nicht. Klar, wird jetzt kein Hexenwerk sein, aber... Äh... Nein, weiß ich nicht. Ähm... Wie komme ich denn jetzt? Äh... Hallo? Wo musst du es hin? Achso, warte. Wir müssen einmal kurz öffnen und müssen sowieso erstmal weiter nach da. Richtig? Ah, noch ein bisschen. Oh, warte. Warte, so. So. Jetzt können wir es justieren. Nein. Ich muss doch hier irgendwie... ...die Kanone befüllen, oder nicht? Oh. Hier ist erstmal noch was zu trinken. Also, meine... ...ääh... ...Kanne. Aber wie kann ich denn jetzt hier... ...ääh... ...aufmunitionieren? Ich muss doch das normalerweise... ...warte mal. So, normalerweise muss ich das hier irgendwo... ...in ein Munitionsrohr reinschmeißen. Normalerweise. So, ich habe hier das Ding zum Abfeuern. Ich kann aber nicht reloaden. So. Normalerweise kommt das Ding hier rein. Alter. Wer kommt denn bitte auf die Idee? Ready? Hi, Glenn. What could go wrong? Okay. Warte. Kann schon... ...schönen. Okay. Äh, ich würde jetzt sagen, einiges. Aber okay. Alice, little one? Oh no, ich sag doch, irgendwas ist mit dem Kind passiert. Irgendwas Dramatisches. Weil nicht umsonst haben wir den Teddy die ganze Zeit dabei. Was? Fuck, das tut. Nimm's weg. Mach doch. Gott, little one. Na, komm. Ich fühlte sie weg. Ich fühlte sie weg, aber... Okay. Ich bin jetzt nicht gebrochen. Was zur Hölle? Sind Sie okay? Ich weiß nicht, wie zu sagen. Oh, verdammt! Was? Geht's uns nicht so gut, oder? Okay, wo sind wir? Hier. Okay, warte. Okay, so. Können wir wenigstens raus? Meine Fresse. Okay, wir sind ein bisschen... Oh Gott. Ich muss hier raus gehen. Oh Gott. Ich muss hier raus gehen. Jede. Okay. Wait. Ja. Super, super, dass wir da hinkommen. Super. Super. Ich drehe jetzt hier einfach mal. Ich habe keine Ahnung, was damit passiert. Wir lassen das Wasser ab. Was natürlich cool ist. Dadurch können wir jetzt hier nämlich durch. Oder auch nicht. Das können wir. Okay. 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 Hör doch auf. Mach nicht sowas mit mir. Was war das? Was war das? Das... Das war Sie. Das wäre schön. Für alle. Komm. Geh weg hier. Okay. Hier geht es nicht weiter. Oder für hier. Okay. Was ist das mit diesen blauen Dingern? Sind die... Wollen die uns helfen? Oder eher nicht so? Ich würde sagen, wir sollen ihm folgen. Wäre so ein Vorschlag. Aber irgendwie auch nicht. Ja, wir versuchen es. Ruhig zu bleiben. Und... ... uns runter zu regulieren. Aber... Es wird nicht immer klappen. Und die Rätsel sind auch... Bin ich auch ganz ehrlich... Ab und zu sind die schon knackig. Yay. Wer hat uns denn da überrascht? Yay. Nein. Okay. Na dann... Lass uns doch mal... Eine Etage runter gehen. In der Hoffnung, dass wir hier... ...nicht so überrascht werden, wie wir gerade eben... ... das hatten. Okay. Okay. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Welche Taste? Welche Taste? Und doch das Feuerzeug raus. Also nicht das Feuerzeug, sondern hier, ne? Äh... Ich weiß schon, was ich meine. The Tash lab. Okay. Okay, 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 okay. Wo sind wir jetzt hier? Also wir sind nicht beim Quartiermeister. Wir haben hier wieder weitere Notizen. Haben hier wieder Streichhülze. Die brauchen wir auch. Hmm... Okay. Nochmal Streichhülze. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ein bisschen Öl. Die Lämpe. Okay. Wieder Notizen. Wie war da? Mal hier runter. Ja. wie die in die Wasser. Tehana, die Heilige Tehana. Sie kamen, bareheaded und barehanded, in einer einfachen Runde. Und sie kamen zwischen den Menschen. Einige grüßen mit Freude, einigen wepte offenbar. Nach ihr kam Tamaku und die resten der Alchemisten, mit einem Litter, auf dem resten sieben Kristallorps. Okay. Warum sehe ich nichts? Ich kann die Lampe anmachen. Also wir müssen anscheinend in die Richtung irgendwie hin. Ich weiß nicht. Warum macht er keine Lampe an? Was ist hier los? Was ist hier? Lampenöl, mittel. Lampenöl, klein. Ja, dann machen wir das doch mal, ne? Also, why not? Okay, aber hier ist nicht da, wo wir hinwollen. Oh nein, wir müssen weiter runter. No, 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 no. Mach doch auf. Wollen wir jetzt mich verarschen? Mach doch auf. Ich sehe nichts. Okay, hier geht's weiter. Wir können die Tür nicht aufmachen. Alter, ist das ein... Alter, ist das ein... Nun... Nun, mach doch. Mach das doch an. Hä? Okay, uns geht's im Dunkeln natürlich wie immer nicht gut, aber warum kann ich die ja nicht anmachen? Nein, nicht crouchen. Mach ihn doch an. Ich mach ihn nicht an. Okay, uns geht's gar nicht gut. So gar nicht gut. Oh, lass, 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 was bist du? Lass mich. Was? Finde einen versteckt. Hier, da, dort, I don't know. Ey, uns geht's gar nicht gut. Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt hin müssen. I don't know. Ey, ich hab keine Ahnung. Ich kann die Lampen nicht anmachen. Ich hab hier... Kann ich damit irgendwas machen? Mach doch auf! Achso. Okay. Wir haben... Wir machen auf. Gott. Ich bin... Ich bin... Lost. Ist hier halt nichts? Kann ich hier nicht... By the... Ah. Okay. Okay, 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 okay. Wir machen jetzt hier überall Licht an. Ist mir scheißegal. Nein. Mach es an. Hier geht's noch weiter runter. Seile? Oh, warte. Wieso? Hä? Kann ich jetzt hier runterspringen? Wäre jetzt die Frage. Oder... Ich geh von aus, wir müssen da oben hin. Das Licht wieder. Es ist eine Person. Was macht es? Was macht es? Ja... I don't know. Vielleicht... Können wir doch hier... Antehen da? Nicht an dem Hebel hier. Nee. Okay, hier kann ich nicht dran ziehen. Hier geht's auch nie weiter. Okay, 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 okay. Denn... L... Oh, lol. Lass uns mal gucken. Wo es hier hingeht? Auch wenn ich nicht so viel sehe. Was ist das? Ja... Geht das? Geht das so? Ah! Bisschen höher? Ja, ja, nee, 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 ja... Wir machen es mal so. Okay. Ach, ich muss... Okay, ich muss es hochziehen, damit ich dann da hinkomme. Okay, 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 okay. Ach, höher kann ich es nicht ziehen. Kann ich einfach hier rüberspringen? Ähm, hallo? Geht das? Hallo, ich... Ich will nochmal zurück. Und jetzt? Ähm... 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 Is it right? Wie kann ich denn jetzt... Check mal my belly? Okay, okay, okay. It feels like I'm losing control. Okay, okay. Ähm... Losing control. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Okay? Okay. 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 Was passiert hier? What is this? Oh, baby. Ich dachte, ich bin einfach... Also... Respawn? Ah. 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 Okay, vielleicht ist es aber nicht die richtige Taktik. Aber wie soll ich das denn machen? Also klar, wenn ich jetzt hier hochgehe. Und jetzt hier runter. Gibt es hier eigentlich eine Lampe? Ja, gibt es. Komm mal hier an. Und hier. Und hier. Okay. Okay, 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 okay. Nein! Du musst einfach mit drehen. So, wait. Der geht... ...am Ende hier rüber. Okay. Was machst du? Aha. Und du? Und du? Nein. Kann ich den vielleicht ein bisschen so? So? Okay, jetzt haben wir ja die, die Platform positioniert, damit ich hoffentlich, oh Gott, hoffentlich irgendwie da rüber springen kann. Wir probieren es mal. Okay, es hat geklappt. Kannst du hier, mach mal Feuer an? Ich will irgendwas sehen können hier, also. Ist das richtig, wo ich lang gehe? Ich sehe nichts. Okay, hier geht es in die andere Richtung. Okay, hier geht es nicht weiter. Das ist natürlich schlecht für mich und schlecht für meine Streichhölzer bäumen. Hä? Okay. Is this the way to go? Oho. Ich habe kein Schirm. Hä? Bin ich hier in der Sackgasse? Wo bin ich? Okay, hier geht es definitiv nicht weiter. Okay, 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 okay. Verstehe. So, hier war ich gewesen. Wir haben nur noch vier Streichhölzer. Das könnte böse enden für mich. Okay, hier geht es. Okay, hier geht es. Okay, wait. Wir machen mal ganz schnell hier. So, jetzt können wir nämlich hier das Lämpchen nehmen. Nein, falsche Richtung. Hä? Ist das so richtige Richtung gewesen? Hier ist niemand? Hier ist auch niemand. Hä? Okay, hier sind Wow Warum, also Was hat mir das jetzt gebracht? Also, wo komme ich jetzt Von da aus hin? Ich würde ja gerne gucken, dass ich Irgendwie Da hochkomme Muss ich hier irgendwas runterschmeißen? Ich weiß es nicht Chat, also ich habe ja kein Chat Also am liebsten würde ich ja Chat fragen Aber das ist der Abgrund Wo wir Wo wir das Bild vorhin gesehen haben Ne, also wir haben ja vorhin diese Zeitung Zeichnung Zeichnung Gesehen Hm Wait Wir gehen nochmal kurz hier hin Irgendwie konnte ich anscheinend da hoch Wie, weiß ich nicht Aber man kann von da oben Runter hüpfen Ne, also wir haben ja hier Also ich habe es ja gerade gesehen, ne Wir haben ja hier den Ausgang Und das Ding hier würde mich interessieren Wie komme ich da hin? Weil hier komme ich nicht durch Oder komme ich hier durch? Ne, hier komme ich nicht durch So, hier vorne haben wir Das Licht gehabt Hier haben wir die nächsten Gitter Gitter Pupitter Und hier Warte mal, geht es hier weiter? Warte, oh Hier hatte ich Was ist das denn? Achso ja, hier hatte ich die eine Box gefunden Dann bin ich hier wieder zurück Aber hier rechts geht hier auch nochmal lang Das mit dem Knochen war gerade gar nicht gut So, gar nicht, gar nicht So, jetzt bin ich hier Kann ich von hier aus? Hä Nach da rüber hüpfen, geht das? Ja, wir versuchen auch einen Weg hier rauszufinden Aber Ich wüsste nicht wie Also ich weiß nicht wie Weil ich muss doch bestimmt Warte mal Muss ich jetzt So, wenn ich jetzt hier bin Und da bin Kann ich ja bestimmt hier rüber springen Kann ich Auf der Seite, wo ich jetzt das Ganze Justiert habe, ne Die nach dem Baby tritt Und die Angst So, kann ich Kann ich jetzt hier irgendwie Ne, warte mal Das war das Tor So, kann ich jetzt das hier Nein, kann ich nicht Okay, wait Ich konnte das doch vorhin Ah Okay, warte Wait Ich habe erst jetzt Hä, du kommst da nicht hoch? Bist du nicht mittig? So, jetzt Immer noch nicht Wait, wait, wait Nein, falsche Richtung Ne, er bleibt immer Er bleibt immer in dieser Position Und ich kriege ihn nicht hochgerudelt Ach jetzt Ich Weil er da unten hängen bleibt Okay, 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 okay Was ist, wenn ich jetzt Das Ding hier wieder zum Ah Okay, dann kann ich das hochbringen Okay, verstehe Und wenn der oben ist Kann ich den anderen öffnen Und dann bleibt er auf dem Stein Da nämlich hängen Okay, 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 okay So Weil dann kann ich jetzt Nimm ich Ja I understand No I am not understanding What is This problem And I have Sulf this problem Because I have a good Good boy So, jetzt komme ich hier Nimm ich nicht mehr raus Genau Weil es steht jetzt davor Das heißt, wir müssen jetzt Hier einmal lang An das Lämmische Dann müssen wir Hier rein Da, wo der Knochen ist Dann kommen wir nämlich Oben raus Dann kommen wir nämlich Da rauf Und können nämlich Dann darüber springen So Wird ein Schuh draus Ja, nun Springen wir hier rüber So, jetzt kann ich nämlich Hier Zack Okay, damit habe ich nicht Gericht So, jetzt bin ich nämlich hier Und hier hatten wir vorhin Dieses geile Flackende Licht Was einfach nur Nach unten gegangen ist Und wir gucken mal Wo ist es denn? Alter, die sind mich Alles Wieder drehen Okay, ist gedreht Mhm, mhm Äh, fahre mal an Dann mache ich dich auch an Und gibt es hier noch irgendwie Lämmchen Was ich anmachen kann Ich weiß ja nicht Ob das so gut ist Weiß ich nicht Also die Geräuschkulisse ist auf jeden Fall Mega Wird ich umsonst angemacht? Okay, cool Wobei, hier ist noch eine Kiste Kann ich hier irgendwas anmachen? Ja Sehr gut Kann ich das hier eigentlich Nein, ich will es nehmen No Ich hätte es gerne genommen Okay Hier geht es nicht weiter Ja Der verfolgt mich jetzt nicht, ne Nein, ich bin Dreckiges Scheiße Lass mich in Ruhe Lass mich I'm running away Aber ich komme hier nirgendswohin Das ist ja alles Sackkasse Doch ich komme hier irgendwo hin Hier geht es weiter Meine Fresse Alter Da muss jetzt mal einer kommen Dass du hier reinklettern musst Der verfolgt mich da jetzt hier nicht durch, oder? Tschüss Lass mich Geh doch rein Okay Also ich glaube uns geht es nicht mehr so gut Aber Wir probieren es mal Haben wir Ewigkeit Luft Oder ist eher schlecht Also die Dunkelheit ist auf jeden Fall nicht gut für uns Das war das Das war das Gott Hört ziemlich gut aus für uns Was ist das? Das ist es Auf Geh weg Und runter, Rabbit. Ja, jetzt sind wir aber ganz unten, wer sagt ihr, dass wir ganz runter wollen? Ich dachte, wir wollen noch ganz oben. Aber okay, hier ist auf jeden Fall Licht. Wir gucken mal kurz, wie es unserem Baby geht. Hallo, kleiner Junge. Es ist schön, dich zu kennen. Okay. Also, dem geht's. Okay. Ich wiederhole mich. Warum sind wir hier auf einer Expedition, wenn sie weiß, dass sie schwanger ist? So, wie komme ich jetzt hier hoch? Gar nicht. Will er uns helfen? Ah, er zeigt uns einen Eingang, Ausgang. Ich renne hier schon wieder raus, damit du hier Luft kriegst und so. Hä, warum? Wait. Was passiert? Well done, precious one. Okay. Shit, 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 shit. Ja, das ist halt wie geht. Aber wir sind erst mal wieder raus aus der Höhle, was natürlich geil ist. Okay, geht's aber nicht so gut. Ja, ja. Haben wir jetzt die Kleine verloren? Ich hoffe nicht. Und wo müssen wir lang? Links, rechts? Ich hoffe nicht, ich habe dich nicht verhört. Wer bist du? Was willst du? Kann das eigentlich eher wahrscheinlich helfen? Und äh, fülle die Flasken, Blaschen, was auch immer du hast. Das ist ein bisschen...strange. Das ist auch nicht so normal. Und Tasi? Das ist jetzt deine Behauptung. Ich würde echt sagen, die will uns helfen. Ich will diese Lampe nicht an. Das ist alles wirklich. 4. März 1937. Ich bin Tasi Trianon. Ich habe den Crash des Plains Kassandra. Mit mir sind Henk Mitchell, Yasmin Chabani, Dr. Anton Metzier, Leon de Vries, und Malik Tamboura. Mein Mann, Salim und andere sind in eine cave neben dem Crash. Und brauchen Hilfe. Einige haben sterben. Richard Fairchild konnte nicht mit dem wir hier sehen. Er rief. Alex Sterling hat ihn geholfen. Wir können nicht warten. Wir müssen etwas machen, das ist... ...mütter Insanity. Henk Mitchell. Unsere Leiter und mein Freund. Er wurde schlecht verletzt von einem Kreatur in der Fort. Yasmin nennt es ein Ghoul. Ein flesh-eating monster von Desert Legends. Sie ist richtig. Sie ist richtig. Henk wird schnell verletzt. Und er wird sterben. Es gibt keine Zeit, um zu helfen. Es gibt ein Schrein hier. Für ein localer Spirit. Es gibt ein Schwung. Es wird verrückt. Er will es verstehen. Es wird da sein, wie verrückt. Sie kam es zu uns. Sie kam es zu uns. Sie kam es an uns. Sie schreitzt. Sie kam an uns und schocken uns aus den Deserten. Und ich... Okay Wir werden zurückkehren von ihm Na dann Ja, das ist es wirklich Komm, wir schmeißen hier einfach mal die ganzen Sachen weg Geh weg Okay Das Funkgerät Hallo Hallo Ja, ich bin hier, Doktor Es ist so gut zu hören, dass du deine Sprache Ah, du bist noch... Well, where are you? The Oasis We were here before What happened to us? I just read Something I wrote There's a spirit A glowing spirit I've seen her I will explain it all, Tarsi Come to the village We have lit a beacon in the tower Look for the smoke Oh, thank God Thank you Thank you Doctor You talked about my blackouts I have these marks On my skin And I keep Losing control You gave me a medicine What's wrong with me? I, uh... I do not know for certain We need diagnostic implements Reference books Civilization Remember, Tarsi Control yourself Avoid fear Avoid anger Also, was mich schon mal als erstes verwundert ist Wann ist er... Also, er tat jetzt sehr überrascht Dass wir überhaupt noch leben Er ist ja auch super nah Warum ist er so... Und warum hat er das Gespräch einfach... Abgebrochen einfach Little one A village People Go away home Paris You love Paris We'll go walking in the Luxembourg gardens Okay I'll show you where Alice used to play Be okay Please be okay Was ist denn das da hinten? Okay 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 And Yasmin She's from Algiers She's nice And we'll figure out what's wrong with me Okay All will be well All will be well Aber... Ja Also, du hast auf jeden Fall noch Hoffnung Ich hätte diese Hoffnung nicht mehr Was ist das für ein Gestein hier? Okay 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 Warum geh ich eigentlich hier rein? Okay, hier gibt es aber nichts zu entdecken oder wie? Okay, ich kann hier rein. Wie the fuck kann ich da rein? Was jetzt? Treibsand! Das lief jetzt mal nicht so gut. Wo bin ich? Christ! Wir waren so nah! Was zur Hölle ist das jetzt? Okay, ich kann Knöpfe drücken. Geil! Und ich kann Türen aufmachen. Na wunderbar. Kann ich die hier auch aufmachen? Okay. Was seid ihr? Ach man. Ich bin so lost. Oh! Wo bin ich? Wo? Wie nach dem Baby. Okay. Also haben wir auf jeden Fall... Wenige Angst. Das ist doch nicht von Menschen gemacht. Kann mir doch keiner erzählen. Ja und ich kann hier rein. Ja. Mhm. Mhm. Wann du stehend? Was ist das hier? Ist das ein Labor? Wurden hier Experimente gemacht? Wo bin ich? Alien Isolation? Was geht hier ab? What the hell? Also unter dem Zeichen der Ranu am 4. Aufgang zum 8. Ruf mache ich Ataru diese Aufzeichnung. Ich habe Temakos Anweisungen befolgt und die ältesten Aufzeichnungen der Krankheit unserer Herrscherin mit den neuesten Proben verglichen. Temakos hatte recht. Bei den ältesten Proben waren beide Reproduktionsorgane intakt, wenn auch geschwächt, was bedeutet, dass sie vor der Wiederherstellung ihrer Wirbelsäule funktionstüchtig gewesen wäre. Seit der Zufuhr von VTI sind die Organe allerdings gänzlich verkümmert. Wieso hat die Substanz sie nicht wiederhergestellt? Hat die degenerative Krankheit nach, äh, noch vor Beginn der Behandlung bleibende Schäden verursacht? Ich habe gefragt, ob ich einen Bericht für die Herrscherin vorbereiten soll. Doch Temakos meinte, das wäre nicht nötig. Diese Angelegenheit wäre bloß für Alchemisten von Interesse und keinem Grund zur Sorge. Denn sie ist unsterblich. In ihrem Namen. Ja. Klar. Kennt man. Genau. Unter dem Zeichen der Ranu, der am dritten Aufgang zum ersten Ruf, mache ich Ataru diese Aufzeichnung. Ich habe die Proben der Herrscherin mit jenen der Knochen ihrer Mutter, der gesegneten Atua, verglichen. Es ist eindeutig, dass beide von der Krankheit befallen waren, obwohl ihre Ahnen sie nicht aufwiesen. Vitaie ist zwar mächtig genug, um Knochen und Sehne wiederherzustellen, aber ohne wiederholte Anwendung verschlechtert sich der Gesundheitszustand wieder. Eine einzelne Dosis heilt nicht, sie drängt den Verfall bloß übergehend zurück. Temaku befiehlt mir, mit wiederholter Verabreichung zu experimentieren. Mengen, Ein, Stichstellen, Zeiten. In ihrem Namen. Was ist das hier? Okay, hier ist zu wenig Saft. Und hier haben wir noch eine weitere Notiz. Die aber einfach nur aufflackert. Äh, okay. Genauso wie diese hier. Okay. Was ist das? Das kann ich nicht drehen, aber es zeigt nach da. Ah lol. Und das wiederum kann ich hier? Was ist hier passiert gerade? Warte mal. Ah. Ah. Okay. Verstehe. Ich find myself again confined. A day should not matter. But each day feels like waste. There is so much to do. Temaku tells me that now, with Vitae, I have forever. But the people who depend on me do not. There is always something. Invasion, rivalry, sickness, penury. I have my duty. I have my duty. Perhaps I should end these sessions. Now they've found a way to stabilize the disease. I should be ecstatic. I should be ecstatic. I should accept my fate and move on. It is such a faint hope that they can find any way to heal me. That they can find any way to grant my dearest wish. Now you are eternal, says Temaku. Now you need no heir. None of them understand. This is not about politics or securing a future. This is not for the Empire. This is for me. Just for me. Okay. Okay. Oder muss ich das da rüberbringen in... Okay. Ich rass nicht. Okay. 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 Ich versteh es nicht. Muss ich das jetzt hier irgendwo anders hinbringen? Okay, wait. Okay, ich hab's verstanden. Ausnahmsweise. Ah, ich muss die Zeichen abbilden. Okay, verstehe. Warte, 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 warte. Was ist das? Ja. Nein. Und ja. Okay. Jetzt müssen wir mal hier gucken, wo hab ich denn... Ja. Dann den... Den da. Okay. Und dann den da. Das heißt, ich muss noch eins hoch. Und den da. Und jetzt kann ich den drücken, oder? Was hab ich ausgelöst? Kann ich den jetzt mitnehmen? Nein. Ich weiß nicht, was immer so clever ist, was ich hier so mache. Ich weiß nicht, was ich hier so mache. Ich weiß nicht, wie es sich aufgewacht hat. Aha. Okay, und dich brauche ich wahrscheinlich für... Kann ich... Mach es auf! Ich mach hier komische Sachen. Wo? Wo? Hätte ich... Vielleicht... Wo anders hin gemüssen? Ich komm hier nicht mehr raus. Oder muss ich den jetzt hier... Ähm. Ist das richtig? Okay. What the fuck bin ich? Das ist doch halt nicht mehr richtig hier. Ich hab keine Ahnung, was für Experiment ich hier gerade mache. Ich hab keine Ahnung, was für Experiment ich hier gerade mache. Ich... Ich... Wirklich... Ich bin... Komplett... Los! Los! Okay, warte. Ich hab jetzt hier was mitgenommen. muss ich da rein schieben. Da rein schieben? Nein. Vielleicht das da? Okay, muss ich davon mehrere Dinger nehmen? Muss ich welche generieren? Okay, warte, warte, warte... $! Okay. Was bringt mir denn das Ambulett jetzt? Das bringt mir doch gar nichts. Gar nichts. Jetzt bringen wir doch irgendwas. Weißt zwar noch nicht was. Weißt du, was war denn das? Ja. Wenn wir jetzt wissen, wie wir dahin kommen, wäre schön, dass wir müssen diese Tür hier irgendwie öffnen, aber wie öffne ich diese Tür? Ja, ich komme niemals so schnell da hin. Wait. Wait, 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 ich habe eine Idee. Wir machen das Ding hier wieder auf, nehmen die Kugel. Nimm die Kugel. Dann gehen wir nämlich raus, holen uns nämlich den ersten Orbit und packen den da rein. So, der Plan. Ne? Also hier, genau. Damit ihr jetzt hier wisst. Also, wir gehen jetzt in die Rams und holen uns da drüben das nice Ding hier. So, nehmen das jetzt hier mit, gehen nach oben, gehen hier wieder raus und setzen das auf der anderen Seite ein. Und zwar hier. Äh, okay. So, wir müssen noch eins generieren, damit ich da irgendwas machen kann. Jetzt ist die Frage, wie kriege ich das generiert? Eins haben wir ja gefunden. Müssen wir, können wir eins davon herstellen? Wäre jetzt die große Frage. Und wenn ja, wie? Verstehe. Okay, wait. Jetzt haben wir den gefunden. Können den jetzt natürlich hier wieder einsetzen. Klopp. Können den jetzt hier wieder einsetzen. Klopp. Okay, das war's nicht. Aber jetzt weiß ich. Okay, okay, okay. Wir müssen jetzt quasi das nochmal aufmachen. Damit hier die Tür nochmal aufgehen. Weil wir transportieren jetzt nämlich den Cyclops. Ich nenne jetzt auch nochmal Cyclops. Den hier. Den transportieren wir jetzt nämlich rüber. Schmeißen wir jetzt hier hin. So. Dann setzen wir hier wieder die Kugel ein. So. Dann können wir hier nämlich wieder raus. Wir nehmen hier uns die Kugel mit. Oh, wie bei mir. Eine Pauge. Eine Zwerge? Eine Zwerge? Das ist die Stadt. Und der Doktor. Wie kann das sein? Was hast du denn erzählt? Das wir jetzt da durchgemacht haben. Was ist das? Was ist das? Das ist mega, oder? Das ist das? Wir müssen raus raus. Ich sehe nichts. Was sind wir denn jetzt? Was ist Mama? Okay, ich muss außen rum, okay, okay, aber wir haben doch noch unser Kind noch gar nicht. Wo bist du? Was machst du, little one? One and one! Ja, aber was ist one and one? Alice? Alice kann's play, Alice kann's play. Alice ist weg. Um. Don't worry Mama, I'm here. Um. Alice? Alice! Selim! Selim, quickly! No, 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 you're so much bigger, this can't be real, wake up, wake up Desi, oh god, oh god, mother Mary. What am I going to do? Come on. Come on. Pull yourself together. Rowrie. Hm. In nem Bereich, in dem wir nicht sein wollen. Ah, shit. I'm, I'm so heavy. This film is like six months. More. Oh god. Hm. Okay. Okay. Äh. Äh. Äh, sind wir hier richtig? Also, oder? Ne. Äh. Wir sollten ja nicht hier sein, oder? Also. Was ist? Wo? Wie? Also. Warum? Aber gut. Äh, gucken wir mal weiter. Weil wir müssen wahrscheinlich irgendwie hier durch. Äh. Meine Vermutung. This isn't a dream. This really isn't a dream. Also, ich weiß ja nicht. Okay. Okay. War das jetzt richtig? Mhm. Okay. Da ist ne Leiter. Natürlich. Also, wir waren gerade in dieser Alien. Ah, hallo. In der Alien Isolation, äh, Hütte. Und wir haben kein Licht. Oh Gott. Und sind jetzt hier in so einer Grabstätte rausgekommen? Äh. Warum? Also, ist, äh. Muss das so? Okay. Okay, warte, 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 warte. Warte mal. Hä? Ganz kurz gucken. Tsch, tsch, tsch. Okay, warte mal. Wir machen mal hier überall nochmal Licht an. Vorsichtshalber. Damit's uns, äh, nicht so schlecht geht. Oh Gott. Okay. Hier geht's nicht weiter. Wir gehen wieder zurück. Ist das richtig hier? Oder, äh, wie? Oder was? Okay. Also, wir wissen ja, dass das hier unser Portal ist in die andere, in die Anderswelt. Sag ich jetzt mal. Oder, wie? Oder, wie? Aber. Aber. Also. Warte kurz, warte kurz. Okay. Also wir teleportieren uns anscheinend von A nach B zu C? I don't know. Immer zwischen den Welten hin und her. Also wie so eine Art Starkey Potter. Was ist passiert? Was ist passiert? Was ist passiert? Okay, ich darf dem roten Zeug anscheinend nicht so nah kommen. Das tut uns nicht gut. Fangen wir nochmal an hier. Hä? Wo bin ich? Also ich muss wahrscheinlich da rüber. Ja, es wird... ...the way to go sein, aber... Was ist das? Okay. Okay, was ist das? Okay, uns geht es nicht so gut. Uns geht es nicht so gut. Okay, also... Okay, okay, okay. Why? Ja, dann gehen wir eben jetzt hier unten. I don't know. Jön? Was verfolgt uns? Warum verfolgt uns das? Nö. Aua. Ist der Weg? Okay, hier geht es lang. Ja, ja, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Ja, 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 ja. Nun renn noch. Lass mich hier durch. Okay, denn nicht. Lass mich hier durch. Panik. Was ist denn das jetzt? Zuerst dieses Monstrum, jetzt... Einfach irgendwelche Flecken oder was? Bin verwirrt. Okay. Weg, glaube ich. Es klingelt einfach. Okay. I don't know why... Jetzt sind wir wieder in eine andere Welt. Wie geht's unserem Baby? I can't believe this. What if I get even bigger? Ja. Dann kannst du dich weniger bewegen. Oh no, 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 no. Oh, das ist ja der jetzt schon wieder. Okay. Muss ich die da so übereinander packen? Is it... Is it... Is it... Is this the key? So, wait. Okay. Den geht nicht zu bewegen. Dann gucken wir mal, ob wir den nächsten bewegen können. Vielleicht können wir den ja auch nicht bewegen. Weih, die zeigen doch eigentlich alle in die richtige Richtung vorne. Die zeigen ja in die... In the right way. Okay. It's the town again, little one. See? It's another gateway, I think. A portal. Like in that laboratory, but... Big enough for us. Look. Little one. I think this is a way out of here. Ich weiß, es ist krass, aber... Können wir es arbeiten? Okay. Also kriegen wir das Stargate zum Laufen. Das ist nicht arbeiten. Ja, und warum? Warum funktioniert es nicht? Beobachtung. Gefäß. Das leidender Flasche... Was? Das leidender Flasche und Gefäßen im Apparat im Portalkammer ähnelt. Aber leer. Zerbrochen. Alter des Relikts unbekannt. Fertigungsqualität hoch. Wie durch moderne industrielle Verfahren. Geschweißt oder gegossen. Spiralsymbol vom Podest der Leidender Flasche auch auf Tür in der Nähe des Lagers zu finden. Lagers, die zu Labyrinth-Gitterkammern unten führt. Apparate mit elektronischer Flüssigkeit betrieben oder Werkzeuge mit elektro... Öh, elektrische Flüssigkeit sammeln? Äh, okay. Ich geh mal davon aus, wir müssen dann hier nach unten in das Labyrinth. Und hier ist ein Zelt. Hä? Muss ich das jetzt verstehen? Also hier waren anscheinend auch nochmal ein paar Leutchens von uns. Die sich dann dachten... Jo. Interessant. Ich hab einen Stift mitgenommen. Warum hab ich einen Stift mitgenommen? Okay. Nimm mal mit. Why not? So, Öl. Öl, Öl, Öl. Ist immer wichtig. Okay, nee. Ich stifte die nämlich nur so an. Okay, verstehe. Ich nehm die also nicht mit. Okay, ich streiche jetzt nochmal genug. Okay, wait. Ätherische Resonanzkörper. Einstellen. Schalter für ätherischen Fluss. Portalkammer. Fokus-Steuergerät. Socke, Schild der Kugel. Einer Flasche, Energiespeicher. Soll ich mir jetzt ne Menge sagen? Oder auch nicht? Ähm... Ähm... Ja, die haben uns zurückgelassen. Deswegen ist er... Das ist bestimmt der Doktor gewesen. Okay, hier muss ich was einfügen. Habe ich hier auch irgendwas zum Öffnen? Nee, ne? Hier ist nix zum Öffnen. Okay. Also da muss ich irgendwas einfügen. Was wir noch nicht haben. Ist die Frage, wo finden wir das? Hier hinten geht es ja auch nochmal weiter. Es wird mir alles gut. Es wird mir alles gut. Okay. Da ist irgendwer drinne. Ich frag mich gerade, wer da drinne ist. Also... Vielleicht... Wollen wir es auch gar nicht sehen? Nö, also... Ich musste es mir nicht angucken. Wir können auch erstmal nochmal nach oben. Gott! Okay. Also. Wait a second. Wir brauchen auf jeden Fall was, wo wir... Wo wir... Der... Na, diese... Ich sag jetzt mal so ein... Wie so eine Art Artefakt... Auch finden. Können wir hier irgendwie... Alles hier in der Gegend anmachen. Oder auch nicht. Klettern wir jetzt einfach hier hoch. Und gucken erst mal, was da oben gibt. Habe ich hier noch ein Lämmchen raus. Okay. Okay. Mach doch. Hey. Ist zu viel Stuff drauf, oder was? Warte. So, okay. Kriegen wir nicht auf. Aber wir können hier durch. Okay, cool. Ja, dann. Gehen wir einfach mal durch. Eine Fresse. Oh, mein Herz. Was ist los? Warum ist er traurig? Okay. Was ist denn? Wo sind wir denn? Also wir sind definitiv nicht mehr unter der Stadt, oder so, oder? Also. Oder ist das hier? Haben die das? Hier sind noch weitere Zähne. Jetzt, ob hier so ein, so ein Dings gebaut wurde. Ja, das muss ich setzen, damit das denn funktioniert, oder wie? Okay, warte. Okay, warte. Hö, mit dem Kringel? Haben wir hier oben. So, dann haben wir das in der Mitte. Ja, das ist es, dass du... Ja, das ist mir. Ja, das ist mir. Ja, das ist mir. Ja, das ist mir. Ja, ich bin, ich bin. Ich bin da. Ich bin, ich bin in der Stadt. Das ist die Welt. Oh no, 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 okay, warte, warte, jetzt, jetzt, oh Gott, das ist ja ein komplettes Umdenken für mich, wait, wait, kann ich das, kann ich die mittlere Position, kann ich die, nee, kann ich nicht, okay, warte, wir brauchen zuerst das, dann das, also quasi das da und das da und daneben brauchen wir das da, das heißt, kann ich die, nee, kann ich nicht, nee, kann ich nicht, schade, ähm, okay, wie mache ich denn das jetzt zum Dummsten, wir brauchen den Pinnüppel, lass mich mal kurz überlegen, der Pinnüppel ist da, aber da habe ich den nicht, da habe ich den nicht, da habe ich den nicht, okay, äh, okay, warte mal, kann ich denn die Zeichen noch verändern, also, hier vorne gibt es ja noch ein paar Räder, die wir drehen können, ah, wie, okay, jetzt sind wir hier drauf, gehen da, okay, der erste ist fest anscheinend, okay, wait, nee, der erste ist nicht fest, oh shit, wenn der jetzt auch nicht richtig ist, habe ich den und den, aber den, den kann ich zweimal korrigieren, plus den, das müsste, warte mal, das müsste ich doch hinkriegen, oder, jetzt, so, weil, wenn ich den jetzt drehe, was haben wir jetzt, bringt mir nichts, warte mal, warte, 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 warte nein, nein, und bleib so, Geht das? So, und wenn ich jetzt den nach unten mache? Ich muss mal gucken, welche Symbole ich hier dran habe. Weil den kann ich ja auch noch drehen. Ne, den kann ich... Ach, den kann ich nicht drehen. Okay, der ist also fest. Okay. Also, this is fix. Den könnte ich noch drehen. Welche Möglichkeiten... Warte mal, hier kann ich... Ach so, das war das, dass ich durchgucken kann. So, hier habe ich Dat Symbol noch. Dat Symbol. Und Dat Symbol, okay. Heißt für mich... Wir drehen den mal... Auf das Symbol? Wir drehen den nochmal. Auf das Symbol kriege ich das hin? So, und jetzt gucken wir uns das nochmal an. Weil... Eins nach oben. Und das Symbol habe ich doch auch auf der Seite. Genau, das hier. So, jetzt haben wir es, oder? Ne, haben wir nicht. Hä? Hä? Wait. Warum haben wir... Warum hat sich das so... Hä? Wait, 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 wait. So, und das dürfte ich doch da auch nochmal haben, oder? Die sind... Die sind... Die sind Chrysler. Die sind... Ne, falsche Richtung. Ne, das habe ich nicht da nochmal. Und du bist... Ja, jetzt haben wir es aber. Okay. Ach, jetzt kann ich wieder zurückgehen zum Portal und... Den Rest einstellen, oder wie? Ja, ist doch... Was ist denn los? Hello. Hello. You are not alone. Salim and I, we... We never talked about it. Ja, okay. His mother was Amara. Amara? Mhm. So, you shall be Amari. Amari? That works for a boy, or again. Hello. Little Amari. Amari? Not far now, we'll soon be home. Ist das jetzt Amari? Oder... Nicht. So, so Portal sollte jetzt funktionieren, okay. Funktioniert immer noch nicht. Weil uns wahrscheinlich noch irgendwas fehlt. Ich weiß nur nicht was. Aber die Kugel ist da. Es stand doch hier drinnen, dass wir noch ein Gefäß brauchen. Richtig? An Alexander von Brennenberg. Okay. Wir hatten recht. Zeresura gibt es wirklich. Ich habe eine Kugel aus dem Schrein in der Salzmine mitgenommen, aber der Schatten jagt mich. Und ich bin gefangen. Ich werde den Übertritt versuchen. Es ist mein einziger Ausweg. Halte meine Namen fest. Lasse es jeden wissen. Es war Herbert. Der uns neue Welten zu entdecken brachte. Herbert! Herbert! So, wir brauchen doch noch hier so ein... So ein... Gefäß. Ne? Stand doch hier drinnen. Äh... Spiral-Symbol mit Podest. Alleine Flasche auf der Nähe des Lagers. Labyrinth-Gitterkammer zu finden. Also... Heee... Warte. Komme ich denn jetzt hier irgendwie weiter? Bei dem Gefäß? So, hier. Das Ding fehlt uns doch noch, oder nicht? Wie kommen wir aber da hin? Also, wo... Wo finde ich dieses Gefäß? Können wir mal hier unten nochmal gucken gehen? Komm. Ich würde sagen, hier ist es nicht. Und hier komme ich auch nur zu diesem fressenden Etwas. Aber ich brauche doch da so ein Gefäß. Wo könnte jetzt noch so ein Gefäß sein? All I have to do is control myself. Stay out of the darkness. Ja. Guess how easy that's going to be. Ist ja auch ein Kinderspiel immer, aus dem Dunkeln zu bleiben, ey. Äh. Witz... Witzbold. Wo finde ich jetzt noch so ein Gefäß? Wo finde ich jetzt noch so ein Gefäß? Wo finde ich jetzt noch so ein Gefäß? Oh, ne Frage. Nächste Frage. So, weil hier... Ist ja nichts weiter, oder? Hier gibt's nichts. Da gibt's nichts. Da bin ich hochgegangen. So, gibt's denn hier hinten noch irgendwie... weiteren Durchlauf? Komm ich hier durch. Nein. Komm ich hier irgendwie durch? Hier gibt's keine Tür. Hier gibt's auch keine Tür. Und von da bin ich gekommen. Okay, hier gibt's noch ein bisschen Öl. Aber nichts, das ich hier... finden würde, das ich sage... Jo. Oh, hier gibt's nichts weiter. So, warte mal. Malin, ich wüsste noch nicht mal, wo ich das... Ja, aber was? Warte mal. Warum bist denn du wieder noch da? Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. What the fuck? Du bist doch falsch. Okay. Du bist richtig. Nein, bleib doch. Du bist richtig. Es gibt ein Rad, was nicht richtig ist. Das ist das Rad, was nicht richtig ist? Das ist das Rad, was nicht richtig ist. So, jetzt aber. So, und jetzt kann ich doch den Knopf drücken. Also brauche ich gar kein Gefäß, oder was? Ähm. War das jetzt? Ist das jetzt? Oh, shit. Nein. Wo kriege ich denn jetzt ein neues her? Okay, warte mal. Ich kann das hier mitnehmen. Wait. So, wenn ich das jetzt mitnehmen kann, dann kann ich das noch bestimmt da hinten einlegen, damit mir das Tor aufgemacht wird. Vielleicht finde ich da noch dann hinter dem Tor noch ein zweites, damit ich die Akkus da wieder einlegen kann. Wer weiß, wer weiß. Und dann geht's weiter. Okay. Er scheint richtig zu sein. Aber sehr tricky. Are you ready, little one? Oh, he's been ready. Little one. Little one. Ich bin klar. Ich bin klar. Oh, he's beget. Okay, war das zufällig schon mal der richtige Weg? So ganz zufällig? Okay, wir gucken uns jetzt mal hier um, bei der Spirale, oh hier gibt es ein paar Wege, die wir gehen könnten, oh nooo, okay safe, hier können wir schon mal nicht weiter. Hier ist ein Pfeil, da sind noch mehr Pfeile. Was, irgendwie beruhigt mich das, kein Millimeter. Was? Als ob ich jetzt hier durchkriechen müsste, gar keinen Fall, gar keinen Fall. Achso, dann kann ich, achso ich muss einen Stein nehmen wahrscheinlich und dagegen werfen. Okay, war ja dann doch einfacher als gedacht. Okay, wollen wir die Tür wieder einfach wieder zu machen? Okay. Okay, wir gehen einfach mal weiter, da wir es können. Was ist denn mit dir? Eine falsche Tasse. Ich fühle mich ein bisschen besser hier, kleine Emily. Wieso, Emily? Ich dachte, sie heißt Amari. Ich dachte, sie heißt Amari. Ich weiß nicht, wie sie in jedem Blick haben. Okay, hier können wir uns zumindest einsperren. Das schmeckt mir gerade gar nicht. The fuck? Okay. Also wir folgen weiterhin den Pfeilen. Oder auch nicht. Weil hier kommen wir nicht weiter. Achso, dann warten wir doch. Ja, wir machen die eine Tür zu, um in die andere Tür reinzukommen. Das wird ja toll. Okay. Okay, wait, 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 wait. Auf gar keinen Fall machen wir das hier ohne Lampe. Ja, klar, 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 cool, 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 cool. Ja, hier ist ja auch. Okay. Okay. Wer bist du denn? Nein. Lass mich. Schlack hier ins Gesicht. Du direkt Rindler. Wie kann ich leben willst du mich verarschen das ist wie kannst du nicht leben wie kann ich mich verarschen ich bin ich bin ich bin ich bin Au. Yo, wait. Kann ich einfach drüber sprechen? Okay. Das ist gar nicht stressig. Mit dem Penal. Die Falk! Der ist so schwer. Die Falk! Wichtig! Ameth! Ich verstehe es nicht. Achso, ich muss dich... also dir... Ich verstehe es für mich. Ich verstehe es. Ich verstehe es. Ich verstehe es! Ich verstehe es! Ich verstehe es. Ich verstehe es! Ich verstehe es! Ist das keine Ahnung? Ah, okay. Okay. Muss ich nicht hier hin? Also, ich, äh... Okay, 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 wait. Hier ist eine Blutspur. Gibt es keine, keine... Gibt es keine, äh... Hinweise, die ich hier durch muss? Bin ich hier richtig? Das kriegt doch die Ruhe! Ich habe keine Ahnung. Ich dachte, das wäre jetzt der richtige Weg gewesen. Aber eigentlich war es nicht der richtige Weg. Und das wird auch immer... Schlimmer mit unseren Händen und den ganzen Zeugs. Bin ich jetzt wieder am Anfang? Ja, ich bin wieder am Anfang. Leck mich am Arsch! Oh, hier war ich doch richtig. Ich bin verwirrter als vorher. Ich dachte, ich muss hier hin. Also, ich dachte, ich muss da hin. Aber ich muss nicht hier hin. Ich bin... Ich bin es nicht... okay wir waren doch richtig ich habe keine ahnung warum ich jetzt was ich dachte sich immer wieder zurück gewesen die will für mich sei klar die will für mich sei klar Okay, was ist denn mit dem scheiß Baby immer los, Alter? Ja, du bist sicher, so. Wir suchen immer noch diese Batterie. Ich habe keine Ahnung, wo ich die finde und ich habe auch keinen Clou, wie ich dann, auch selbst wenn ich sie finde, wie ich wieder zurückkomme. Aber gut. Ich habe auch so das Gefühl, dass wenn ich jetzt hier reingehe, dass ich Schaden kriege. Okay, ich kriege keinen Schaden. Das ist schon mal nice to know. Aber, ja, weiß ich nicht, ob ich das so will. Okay, gut, wir suchen weiterhin nach... Nach so einem Batterieding eigentlich. Und warum... Geil, wie der Stein einfach weg ist und wieder da ist. Okay, nichts drinne. Nichts interessantes. Gut. Gehen wir nochmal weiter. Äh. Wow. Das hat weh. Das war nicht gut. Okay, also... Wie gesagt, Batterie. Wir suchen immer noch diese... Diese Art Batterie, sagen wir es mal so. Das ist ja jetzt keine richtige Batterie, aber wir suchen so eine Art Batterie. Die wir ordentlich demnächst finden werden. Okay, hier sind wir hier hinter. Hier komme ich nicht hin. Aha. Aha. Hier sieht aus wie ein Generator. Das ist die Maschine, die ich von oben sehen konnte. Ja. Was zur Hölle ist es? Es macht meine Zähne schmerzen. Deine Zähne tun die davon weh? Also, warum? Aber gut, dann gehen wir vielleicht ein bisschen... Geh doch. Also, ich halte dich jetzt nicht unbedingt davon ab. Also, du musst nicht... Du brauchst nicht hierbleiben. Also, es... Sie haben mich... Sie haben mich... Sie haben mich... Sie haben mich gesagt... Alles... 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 Ich bin mir leid, Alex. Was? Wo bist du? Achso. Oh mein Gott. Können wir ihn retten? Ist natürlich auch die Frage, wollen wir ihn überhaupt retten? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Gott hat es! Ich muss uns nicht über. Los geht es! Ich bin Gottst�. Ich bin Gottst�. Ich bin Gottst�. Ich bin Gottst�. Ihr hört dich? Stop! Stop! Stop. You don't get me. I'm too fast, I'm too fast for you. Glaube ich. Ich sag aber, I'm too fast. Too fast, too serious. Ah, du bist wieder bei deinem. So kurz. Richard. Das ist. Das ist. Das ist. Das ist. Komm. Ja, du kommst aus der Tür nicht raus, ich hab zugemacht. So, einfach geht es. Wir befreien uns jetzt hier unseren Richard, damit er uns helfen kann. Ich weiß zwar nicht warum, aber wir helfen ihm. Was bist du denn jetzt? War das denn jetzt dein Beginn? Ja, ich weiß auch nicht, was das... Was bist du denn jetzt? War das denn jetzt dein Beginn? Ja, ich weiß auch nicht. Ja, ich weiß auch nicht. Okay, Richard. Das war, glaube ich, die falsche Entscheidung. Mein Freund. Alter, was ist denn mit uns los? Was ist denn mit uns? Okay. Was? Ja, das, glaube ich, wollen wir nicht wissen, was du jetzt mit Richard gemacht hast. Oh, warte mal. Ja, wir haben aber dafür ein neues, ähm... Okay. Ist mir egal. So, warte, wir gucken kurz nur, wie es unserem Baby geht. Oh Gott. Oh Gott. Also, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass die Maschine ihr wehtut. Also... Ich gebe dir recht, irgendwas passiert mit dir. Ich gebe dir recht, irgendwas passiert mit dir. Okay, das war vielleicht... Ich glaube nicht. Das ist das cleverste Idee. Wir gehen davon aus. Wir gehen davon aus. Wir gehen davon aus. Ich versuche dir. Du wirst nicht in der Nacht sein. Wir gehen davon aus. Wir gehen davon aus. Oh Gott. Oho wir gehen davon aus. Also... Äh, Hau? Hä? Ich verstehe jetzt nicht, was ist jetzt meine To-Do hier? Jetzt tut mir der Zahn. Also, wait. Ja, dich krieg ich nicht geschafft. Äh... Achso, warte mal. Wait, 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 ich hab' nicht Idee. Wenn ich... ... die Maschine bitte... Das war auch super laut. Äh, beruhig dich, beruhig dich. Und zwar versuchen wir jetzt... ...das da hoch zu machen, damit wir das noch da drüben klemmen können. Pass auf. Genau. Dann können wir das da drüben einklemmen... ... und dann dürfte zumindest ein Teil davon... ...nicht mehr funktionieren. Also sich nicht mehr bewegen. So die Idee. Alter. ... ... Hey. So, wo kommst du denn her auf einmal? Lass halt! Lass mich in Ruhe! Geh weg. Geh weg! Geh weg! Geh. Ja, nimm den Arm mit. Ist mir egal! Du bist tot! Du bist tot! Du bleibst mich! Du bleibst mich! Tassi! Okay. Leo, nein! Ja, Tassi ist weg. Tassi ist gone. Tassi sagt tschüss, bye bye. Was? Du kannst so viel bitten, wie du willst. Es ist mir völlig latte. Und zwar... Ciao Kakao! Verlassen sie mich nicht. Leon... Leon... Vorbei! Verstanden, Hank! Hank's Tank! Okay, cool. Also... Ja... Kann hier so viel Lightroom, wie du willst? Ist mir scheißegal. Ich bin jetzt weg. So, da ist... Ist mir... Pupe. Da kannst du sagen, was du willst. Bin ich? Okay. Let's get out of here. Don't think about it. Don't think about it. Don't think about it. He's behind us now. Woran denn? He doesn't matter. An Leon? Also... Wirklich... Also... Also... An den würde ich ja am wenigsten denken. We just need to get this canister into the machine upstairs. Then we can leave. So... Sieh's... Aus. Wir müssen nur wieder nach oben kommen. Damit wir halt... Äh... Den Kanister einfügen. Und vor allen Dingen... Wir müssen ja noch aus der anderen Tür den zweiten Kanister noch rausholen. Ja, wir haben ja jetzt nur einfach einen neuen Kanister generiert. Bin ich hier richtig? Huch. Huch. Wie war war ich? Hallo? Wie war war ich hier schonmal? Weil Kerzen sind halt. Äh... 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 Bin ich hier richtig? Äh... Äh... Oh der? YEA-CHNEie. That's so. Hier bin ich, hier bin ich. Hier war ich. Ja, 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 ja. Eigentlich, die Wege sind auch manchmal... Komisch. Aber gut, wir, 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 step by step. Wir deinen, wir meinen... One, one, my dearest. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Okay, das Portal. Genau, das Portal. Ähm, bevor wir aber zum Portal gehen, brauchen wir das. Oh, jetzt. Lass mich doch da durch. Lass mich doch da durch. Ey, jetzt hab ich schon alles für das scheiß Portal und dann fällt mir die Decke auf den Kopf. Mit dieser roten... Wer bist du denn? Masse. Okay. Oh Gott. Das ist doch die Gestalt, die uns, äh, beschützen will. Genau. Das ist doch die... Die uns immer den Weg zeigt. Also meine Theorie ist ja immer noch, dass die uns wirklich beschützen. Schulstück... Das ist doch die enam직. Theorie ist ja immer noch, dass... Das ist doch die Höhe. Ich bin jetzt hier in die Höhe. Ich will jetzt... Ich will jetzt noch einen Weg nach dem Portal. Und ich hab jetzt... Ich habe jetzt nicht... Was ist jetzt vertreten? Was ist denn? Oh, shit. Hm. Sprühen wir hier rüber? Geht's hier weiter? Oder hier? Äh, was ist denn das, was die ganze Zeit da spawnt dann? Also, dieses rote Glibber-Zeug, wo wir anscheinend dick Schaden bekommen. Von. Also. Äh, oh, no, 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 no. Hm, hier war doch der Typ drinnen, der immer so'n bisschen geschmatzt hat. Ich weiß nicht, ob das der, 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 der der richtige Weg, der geht? Was ziehst du? Die Geschichte dahinter gefällt mir irgendwie nicht so wirklich. Also, ich hoffe wirklich, dass sie uns den richtigen Weg zeigt. Und dass dieser, 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 dieser Lichtkegel quasi wirklich gut ist. Äh, wenn ihr uns jetzt in eine Falle lockt, dann bin ich so aufgeschmissen. Das wäre not so nice. Das wäre so gar nicht nice. Äh, hier bin ich falsch. Oder? Okay. Okay. Lass mich doch vorbei. Lass mich doch vorbei. Kiki, 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 Kiki. Also, immer wenn die Sequenz kommt, gehe ich mal von außen und bin gestorben. Ich weiß auch nicht, ob das so gut ist. Also, umso öfter wir sterben und diese Flashbacks haben, umso mehr werden wir wie die Monster, die uns verfolgen. Oli, wo bin ich jetzt hier gelandet? Ich bin doch weggegangen. Ich bin doch weggegangen. Okay. Okay. Gut. Gehen wir nochmal hier rein und gucken, ob wir ihn jetzt hier irgendwie austricksen können. Kann er hier rein? Ich glaube nicht, dass er hier rein kann, oder? Ich glaube, wir haben es geschafft. Und wie viele gibt's von den Viechern? Also, jetzt mal real talk. Okay, wir gehen einfach hier dran vorbei. Ich versuche so sneaky wie möglich hier irgendwie rumzukommen und ich glaube, dass das Licht hier für uns gedacht ist, sodass wir hier wissen, okay, da müssen wir lang. So schätze ich mal die Situation ein. Meine Phase. Ist aber auch, also... Ist schon anders. Warte mal. Kann ich jetzt einfach das Ding hier zumachen? Okay. Warum habe ich jetzt hier schon wieder Schaden bekommen? Okay, also das scheint nicht der richtige Weg zu sein. Scheiße. Was ist denn hier irgendwie noch weiter? Hier geht's doch auch nicht weiter. Also hier geht's schon... Also... Also hier komme ich ja nicht durch. Das heißt, ich muss an denen vorbei? Ja moin. Dann wird ja jetzt ein Spaß dann. Ich muss so aufhören. Ich muss euch unterstützen. Die Sorge kommen. Und ich schlafe, ich bin nicht der Surprise. So, ich schlafe. Ich bin nicht der Sieg. Es ist der Sieg. Wo ist denn der Sieg? D. Okay, 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 die haben wirklich geschlafen. Bin ich hier vorbei? Das war jetzt einfach nur ein Ausrupport. Ja, der ist runtergefallen, der ist kurz wach geworden, der ist äh... Ja, ja, macht mal ihr... macht das schon. Bleibt mal easy. Geh ich den richtigen Weg? Ich geh doch jetzt den Felschenweg wieder zurück. Ich weiß. An hier bin ich gekommen. Ich verliere doch jetzt nicht... Ja, 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 ja. Bin ich jetzt zu lange im Dunkeln gewesen oder was war jetzt das Problem? Ich will doch nur zum Portal... ...und die zwei Gefäße da reinsetzen. ...und die drei Gefäße. ...und die drei Gefäße. Ich kann nicht die drei Gefäße. Ich kann nicht die drei Gefäße da rein. Okay? Aber hier geht's doch nicht weiter. Bin ich denn jetzt hier gelandet? ...und die drei Gefäße da rein. Let it gooo. Let it gooo. Nanananananananananananana. Shhh. 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 Okay. Also, im Hana ... 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 Ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin. Ich sag mal ja. Vielleicht auch nein. Ich weiß es nicht. Aber wir sind ruhig. Vielleicht. Wir warten ganz easy. Gehen hier durch. Wir machen hier nochmal einen Feuerwagen. Wer was gehört? Wir machen uns zu beruhigen. Wir müssen nur ruhig sein. Wir müssen nur ruhig sein. Schuss. 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 Immer mit der Ruhe. Kriegen lassen. Schuss. 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 Ok. Schuss. Schuss. Gib. Hah! Schuss! Okay. Okay, okay. Now it's... Run, boy, run. Look. Okay. Wir haben's. Also, ich hoff. Oh Gott, damit! Ja. Jetzt kommen die von... Wie? Also, ich dachte, wir hätten's jetzt hinter uns. Jetzt sind die wieder hinter uns. Oh, shit. Oh, Gott. Okay. 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 Es ist mir egal. Es ist mir egal. Es ist mir nicht egal. Nein. 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 Ich werde dir nicht wieder hinter uns bringen. Nein. Ich werde dir nicht wieder zu verhindern. Nein. Okay, mit dem Kind ist irgendwas nicht in Ordnung. Weil das... Also, warum muss das so oft zum Doktor... Warum kann sie... Ist sie blind? Oh, Gott. Oh, Gott. Gut. Wir können besser einsetzen. Gut. Wir sind zurück. Ich habe nur... Jetzt können wir uns doch bestimmt teleportieren lassen, oder? Jetzt. Please, Alter. Oh, shit. Was ist denn jetzt los? Ach, der eine ist schon wieder hier nicht in Position. Ich hasse es. Wozu bringst du den in Position? Der andere ist auch nicht mehr in der Position. Ja, jetzt kriege ich natürlich die ganze Zeit Schaden. Schaden. Alle drei sind nicht mehr... Christ. Alter... Der tat aber weh. So, jetzt gucken wir mal, dass wir hier hinkommen. Wer kommt denn auf die glorreiche Idee, die Scheiße, so mit so einem Mechanismus zu machen? Na, kommt noch ein bisschen. Komm, komm, schnell! Quick! Tschüss! Na nun. So, jetzt. Hörf ich den rücken. Da war jetzt aber auch eine Geburt. Das ist ja schwierig gewesen. Was passiert denn jetzt schon wieder? Ahhhh! Hush, now. Lullaby. Close your eyes for sleep. It's coming. Hush, now. Lullaby. My pussies. Oh, don't you cry. No, 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 no. Fuck... Whatever the flesh was, I think it broke the portal. Wo sind wir denn jetzt? Okay, hier haben wir wieder so'n... Zylinder? Der wieder für irgendwelche... Oh nooo... Das wird doch wieder... Das ist doch auch schon wieder... Ein komisches Rietzel. Aber wir gucken uns erstmal hier in dem Raum ein bisschen um. Und schauen mal, was wir hier so... Noch zu erkunden haben. Das ist ein weiteres Portal. Also irgendwie müssen wir... Oder... Auch nicht... Also... Was? Zum... Ich weiß es nicht. Okay, die Tür kriegen wir auf. Okay, da hinten verbirgt sich wieder so'n... So'n Dingens. Gut. Was befindet sich denn auf der anderen Seite? Befindet sich da dann auch so'n Dingens? Nee, hier ist einfach nur... Einfach aus einer Tür. Okay. Das heißt auch im besten Falle... Aber was habe ich hier? Warte mal. Kann ich den hier so mitnehmen? Nee, die sind dann komplett down. Und der geht hier auch nicht mehr an. Okay. Okay, okay, okay. Was kann ich mit den Sachen machen? Warum gehen die jetzt hier an? Und what the heck ist das hier? Ah! Ist das ein Verbinder? Womit ich den quasi... Das Signal verstärken kann? Geht das? Kann ich das jetzt hier so hinpacke? Warte mal, wie weit kann ich dich denn packen? Okay. Kann ich dich jetzt weiter rauspacken? So würde das gehen, okay. Habe ich dann auf der anderen Seite vielleicht auch nochmal so'n Ding, damit ich Ihmchen hier aktiv kriege? Nein. Aber... Womit wir arbeiten könnten wäre, dass wir den hier mitnehmen. Den quasi hier irgendwie positionieren. Und den anderen hier vorne. Damit müsste die Tür nämlich da hinten nämlich dann aufgehen. Womit. Genau. Und du müsstest jetzt so viel Saft haben, dass du... Genau. Und jetzt kann ich dich nämlich mitnehmen. Für den anderen Point. Aber das gucken wir uns gleich mal an. Vorher schauen wir uns hier nochmal ein paar Sachen an. Was hast du denn? Von einer Lampe? Oil? Okay. Okay. Lämmchen. Lämmchen. Und ein Lämmchen. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Was wäre... Was ist... Okay. Amari. Amari. So, wait. Möchte uns dieses Konstrukt was sagen? Da haben wir was an. Dort haben wir was an. Und in der Mitte ist... Die da. So, hier haben wir auch nochmal so eine komische Zeichnung mit den zwei Dingern. Ne, mit drei Dingern. Okay. Möchte das uns... Soll das uns... Vielleicht soll uns das ja ein bisschen was sagen. So, wir nehmen mal das jetzt hier mit. Weil das können wir ganz gut benutzen. Für... Den Raum hier. Mögen wir uns nämlich noch die anderen beiden. Damit das da dann auch aufgeht. So. Und jetzt noch du. Mal mit. So quasi als Brücke. Okay, wait. Das war jetzt richtig? Ja, warum gehst du nicht auf? Warum gehst du nicht auf? Muss ich hier noch irgendwas aktivieren? Es ist ja alles jetzt verbunden. Achso, war da vielleicht dich? Okay, okay. Ich habe keine Ahnung, was jetzt hier passiert. Der wird gescannt? Why not? Soll ich warten, bis die Kreise übereinander liegen? Oder was ist los? Soll ich die Kreise übereinander liegen? Muss ich jetzt hier noch einen holen? Und muss ich mich jetzt selbst da reinlegen? Oh no! Wer kommt denn auf die Idee? Und du... Lass das! Mach das nicht! Aber immerhin kriegen wir jetzt einen Scannen... von uns selbst! Ich habe aber schon fast ausgewachsen! Ich bin sorry... Ich bin sorry... Ich bin sorry, Littleman... Ich bin sorry... Ich bin froh, dass ich dich glücklich habe, ich habe. Ich habe... Ich habe... Ich habe... Ich habe... Ich habe ich gedacht, es wäre ein Traum... Oder dass... 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 dass etwas falsch ist. Ich habe... Ich habe... Ich habe... Ich habe... Was? Ich habe... Ich habe... Ich habe... Ich habe... Ich bin nicht gut... Was bedeutet das... Ja... Kann ich an... ... Blöde... 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 Die Kinder werden getrennt... Die muss die Dinge verloren... Die wird sie gar nicht abgelen. Ich kann sie helfen. Ich kann sie in eine Hilfe. Ich kann sie in eine Hilfe. Bitte mach es doch. Laber nicht, machen. So, ich kann dir aber nur folgen, wenn... Hallo? Nicht? Okay, also anscheinend... ...kommen wir hier nicht raus. Jetzt aber, oder? Nehmen wir uns mit. Ich meine, wollen wir ja unseren... Bibi, was würdest du? Soll ich vielleicht vorher rausspringen? Ich weiß es nicht. Ich mach es mal von sich selber. Oh! Also, man kann auch schon mal runterrutschen. Das geht schon. Okay. Okay. Ja, beruhig dich. Okay. Ich dachte, das wäre eine Leiter gewesen da hinten, aber gut. War keine. War einfach nur ein Schach zum runterfallen. Jetzt nochmal runterrutschen. Nein. Okay. Wundernst du dich eigentlich nicht, warum... Ihr Baby... Also, wir sind ja gelandet... Da hatten wir noch nicht so einen Bauch. Ja, nun... Mach doch. Achso. Ich muss ziehen. Nicht drücken. Ich dachte, ich muss drücken. Und jetzt auf einmal... Sind wir im... Achten Monat oder so? Ich weiß es nicht. Wie lange sind wir hier? Also, ich sag mal so. Das sieht nicht so gut aus. Okay. Okay. Wir müssen da lang? Warum? Also, vielleicht müssen wir ja nicht da lang. Aber ich geh mal davon aus, wir müssen da lang. Du Scheiße. Okay. Wir müssen da lang. Ich verstehe. Ich verstehe. Es gibt keinen anderen Weg als dieser hier. Der sieht auch gar nicht so... ungefährlich aus. Muss ich mal dazu sagen. Aber wir machen's. Was war das? Geh weg. Ist das immer noch der richtige Weg? Ich hab jetzt... Oh ja. Da oben geht's raus. Da oben ist Licht. Da ist... Ausgang. Lass mich raus. 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 Und ich hoffe, wir sind am Dorf angekommen. Oh, mein Herz. Nein. Also, die Geschichte dahinter ist echt traurig. Okay. Wo sind wir jetzt? Okay. Eine Art Bahnhof. Kann man machen... Muss man nicht machen. Das war mein letztes Steil, Scheiß. Das ist... Das war jetzt doch vielleicht nicht so clever. Das war doch nicht so clever. Ich hoffe, wir finden noch ein paar Streichhölzer, damit wir bald wieder... Genug Staff finden... Pavlos, bei meinem Knochen, glaubt er constantes Chatter über die Höhle, die gefunden hat. Fila. Kleine Gesicht. Serious. Die Höhle verliebt, als sie in die Erde mit ihrem Stich. Hermia zieht das Junge in ihren Armen. Und schlägt mir einen schmerzen Lachen. Das auch? Es ist Zeit. Ich behalte sie, schläge sie den Knochen. Sie ist in der Gefahr. Sie schlägt mich. Ich danke ihr für ihre Firma, für ihre Komfort, für ihre Nahrung. Ich schläge sie den Knochen. Sie schlägt mich. Sie schlägt mich, aber es dauert nicht lange. Ich schläge das Blut in einem Knochenbrot. Sie wird uns dieses Winter schützen. Dein fucking Ernst? Was stimmt denn mit euch nicht? Ja. Mal jetzt ehrlich. Aha. Gute Information. Gute, 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 in, 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 informatione. Auf die Hand. Ja, ja, ja. Hier? Hier? Das ist der Ort, wo ich helfen kann, Amari? Vita ist Leben gegen Krankheit. Was muss ich tun? Schrei. Vita. Sit. Be healed. Ja. Und wie stelle ich Vita her? Die Energie, die das Portal, richtig. Weil das war so leicht zu finden, letzte Mal. Oh. Entschuldigung, Amari. Es muss ein Weg, um es hier zu machen. Und sie wird nicht mehr Zeit. Ja, klar. Ist ja auch... Also... Mhm. Okay. Gut. Lass uns mal überlegen. Also, wir müssen Vita herstellen. Da werden wir wahrscheinlich wieder diese... Batterien benötigen. Was ist das denn jetzt hier für ein Schild? Mhm. Okay. Und eins davon funktioniert nicht. Wollt ihr mich jetzt veräppeln, ey? There is someone in there. Still alive. Ja, aber der ist ja dann noch okay, ne? Also, der ist ja dann... Ne, warte, wo ist es? Hier. Also, wir haben einen Knotenpunkt, der nicht sauber funktioniert. Alle anderen scheinen zu funktionieren. Zu grob. Oder? Jetzt ist nur die Frage, wo sind wir? Sind wir jetzt hier wirklich in der Mitte? Oder sind wir... Ich hab kein Schimmer. Ich hab so kein Schimmer. Oh Gott. Wo ist denn jetzt mein... Der Weg zu gehen! Wir haben die Probleme zu lösen. Die Stimulation der Nerven, mit einer Dose von Elixir of Emmerich, mit einer Anwendung der eigenen Besten Geheimen der Beziehung. Oder um es in eine andere Weise. Angst, Oblivion, Hoffnung. Angst, Oblivion, Hoffnung. Es ist so einfach. Without Angst, keine Vitae. Without Hoffnung, Es gibt keine Angst. In ihrem Namen Eternall. Das ist die Station wieder. Ja, folgt der uns jetzt, oder was? Hä? Aber... Also... Ja, Station. Hä? Was ist man zu tun? Muss ich den jetzt irgendwie mitschleppen? Was ist denn sein Problem? Wimpen! Komgen Siem? Ich hab gedacht, ich muss das jetzt hier mit, mit hier hernehmen. Okay. Also, ich... Okay. 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 Ich hoffe, ich hab's jetzt geschafft. Ja, aber... Bringt uns doch jetzt... Also, selbst wenn ich jetzt da runtergehe. Ich dachte, wir müssen... Hier hin wegen... Warte mal. Nehmen wir das jetzt hier mal mit. Wie gesagt, ich hab gedacht, wir müssen hier hin wegen dem... Oh, wait. Ja, was ist jetzt dein Problem? Geht das jetzt so, wie ich's mir vorstelle, oder nicht so? Oh, mein Gott. Hallo. Kannst du mich hören? Vielleicht? Huh? Ich weiß nicht. Grunst uns etwas, wenn du mich hören kannst. Nichts. Äh, okay? Christ, du bist so nah, aber ich kann dich nicht erreichen. Okay. Weißt du, ich kann dich jetzt einfach... Lol. War das richtig? Wahrscheinlich noch nicht. Nein. Ist denn hier noch irgendwie einen anderen Behälter? Okay, warte, es gibt noch sowas für Feuer. Warte mal. Äh. Okay, warte, warte, warte. Du bist ja nicht das Richtige. Bist du denn das Richtige? Auch noch nicht. Gibt's denn noch ein Behältnis? Hier gibt's noch ein Behältnis. Ne, warte mal, da muss ich aber dich rausnehmen. Dich einfüchen. Weil, das ist ja Wasser. Ne, Tropfen, Tropfen. Jetzt richtig? Äh, nein. Okay. Dann dich nochmal reinschmeißen. Okay, nein. Okay, warte. Bist du noch nicht das Richtige? Warte, äh, davon gibt's ja bestimmt auch mehrere. Ne, du bist auch noch nicht das Richtige? Okay, warte. 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 Okay, ich kann dich noch nicht benutzen. Aber du scheinst dann das Richtige zu sein. Huch. Komm mal her hier. Auch nicht. Wie krieg ich dich denn jetzt nach vorne gezogen? Wie krieg ich den raus? Damit? Damit? Nee. Wie bekomme ich dich raus? Wie kriegen wir dich jetzt da raus? Kriege ich dich hier raus? Das sieht so tot aus. Es braucht Energie, um es zu leben zu bringen, glaube ich. Hm? Hm? Das scheint mir nicht zu arbeiten. Habe ich etwas missen? Ja, also haben wir, weil wir müssen ja erstmal die Vita erstellen. Aber ich habe keinen Schimmer. Wie? Wie kriege ich dich jetzt da am dümmsten raus? Gute Frage. Nächste Frage. Warte mal, kriege ich dich denn hier rüber raus? Indem ich dich jetzt hier mitnehme? Okay, wir gehen nochmal kurz runter. Zum Bahnen. Eigentlich will ich ja... Also, klar. Also, gäbe es jetzt die Option, dass ich jetzt einfach so gehe, ohne dass ich mich heile? Gibt es hier anscheinend mehrere Rennen. Oder ist es eher... Besser... Besser, ähm... ...unds doch dieses Heilmittel, was sie da vorschlägt, äh, zu generieren. Um... ...vorwärts zu kommen. Jetzt ist halt nur die Frage... Wie bekomme ich den Typen da vorne raus? Weil so kriege ich ihn ja nicht raus. Können ja nur anlabern. Was soll ich da machen? Achso, weil hier noch eine Wand davor ist. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal, warte mal, wie ich dich helfen muss. Warte mal, ich muss auszulegen. Ich muss auszulegen. Warte mal, woher? Okay, wie kriege ich dich jetzt hier raus, Freundchen? Es muss doch eine Möglichkeit geben. Okay, warte. Also, okay. Also, irgendwie müssen wir ja weiterkommen vielleicht. Also, hier haben wir ja das Wasserzeichen, ne? Und ein Behältnis. Ich würde sagen, es ist das Wasserbehältnis. So, das packen wir schon mal rein. So, sieht aus, als ob das der erste Step wäre von... rein. Also, eins, zwei, drei, so nach dem Motto. So, und dann gibt es hier so einen Pika. Hatten wir nicht vorhin hier so einen Pika, den wir hier hingeschmissen hatten? Wann bist du so ein Pika? Nee. Das sieht doch nicht richtig aus. Hier. Muss ich mit dem irgendwas machen? Ist das... Okay. Und jetzt noch den... Falsch. Falsch. Wasser. Jetzt noch den da rein? Okay. Okay. Ich weiß nicht, ob... Was macht ihr? Ach so, jetzt muss ich denn was. Fuck, no. Too scheiße. Oh Gott. Oh Gott, no. I'm so sorry. That's it, I think. That's enough. This... this will cure Amari? She needs... lead time. This will have aid. Well, I've come this far. Wofür sind denn die anderen? Okay. Wir setzen uns... okay. Waren das jetzt alle? Oder... muss ich noch die restlichen... auch machen? Als ob das jetzt meiner Tochter helfen wird? Für dich, Amari. Ich, äh... ich bin nicht so sicher über das. Ja. Ich weiß nicht, ob das die richtige Entscheidung wird. Ich würde sagen, nein. Oh Gott. Is that it? Has it worked? Speak to me, damn you! Nein! Nein! Ich weiß nicht, ob das funktioniert, little one. Ich hoffe, du bist gut. Und dass das alles wert war. Oh, wir gehen raus. Okay. Wir machen die restlichen Experimente einfach nicht. Ist mir egal. Wir gehen einfach. Ist mir egal. Wir... wir... wir fahren jetzt mit der Bahn. Nach Hause. Hoffe ich. Irgendwie. Ich kann nicht glauben, was wir getan haben. Ja, ich auch nicht. Ich weiß nicht, ob es hilft. Okay, komm. Mach die Tür auf. Also, was ist das für ein Konstrukt? Wir sind doch niemals noch da, wo wir sein, also... wo wir... abgestürzt, gelandet sind. Wir kommen doch jetzt nicht zu diesem Dorf, wo der... wo der... wo der Arzt ist. Kann mir doch keiner erzählen. Oder... also... bei sich... Okay. Harry... What else could we have done? What else could I... have done? That could have been Salim. Or Hank. Or any of us. This place. This horrible fucking place. It's making me into one of them. Aber wenn es funktioniert... It's worth it for you, little one. You're all I have. You're all I have. Natürlich alles Mögliche. Damit es dem Kind gut... gut... gut geht. Aber... Ich weiß jetzt nicht, ob die... Injection... Ah, die richtige war? Und, 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 und... Und ob... Wir... Wir... Wirklich... Das Richtige gemacht haben. Also, ich würd fast sagen... Nein? It's alright, little one. A rift, a way out of this world. See? We can use the bracelet to get through here. Yeah. Come on, open up. How do I get the doors open on this thing? Ja, keine Ahnung. No. No, 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 no. Stopp, god damn you, stopp! Take us back! Shit! Okay. Wir kommen doch noch nicht so schnell nach Hause. Also... Es geht weiter. Aber wohin? Also... Und in welcher Welt sind wir überhaupt? Also, wir sind ja anscheinend in so'n... Portal? Ja? Riss? Problem jetzt auch. Wir sind hier irgendwo in der... No way. No... Fucking... Ich muss aufhören zur Flucht. Entschuldigung. Ey, jetzt werden wir wieder gejagt von so'nem Viech, oder was? Hör doch, auf damit! Was ist denn dein Problem? Lass... Lass es. Lass es. Lass es. Ich bin gar nicht da. Kannst mich gar nicht sehen. Nein, 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 ich bin nicht da. I'm nothing. Lass mich in Ruhe. Er ist einfach ein... Leerer. Jetzt hab ich ein Problem. Ich hoffe jetzt nicht, dass ihr hier reinkommt. Ich hoffe jetzt nicht, dass ihr hier reinkommt. Oder was? Nimm die Taschenlampe. Okay, dann nimm die Taschenlampe nicht. Ist mir egal. Ich renne weg. Ist mir egal, ich renne weg. Ich mach doch schon alles... Gewech! Fass mich! Ich hab doch alles gedrückt Alles gleichzeitig Oh, bitte, ich bin jetzt schon wieder Oh, Gott Ich würde immer have to Wo muss ich denn hin? Okay, ich habe es geschafft. Please! Ich will doch nur zu diesem Portal und nach Hause und einfach nach Hause. Bitte? Was wäre das eine Option? Please! Lass mich doch wieder zurück. Okay, okay. So, Baby tritt. Komm, geh zu uns in hier. Hier drinnen kann uns nichts anhaben. Nie, ist klar. Wie oft habe ich das schon gedacht? Und am Ende war doch alles anders. Wahnsinn. So, jetzt gehen wir wieder nach unten. Das hat uns ja schon immer so gut gebracht, so noch tiefer zu gehen in die irgendwelche Katakomne. Ich versuche mal wirklich sneaky mäßig hier durchzugehen. Da hinten müssen wir hin, glaube ich, weil der Kompass da hinten so ausschlägt. Sieht gut aus. Okay. Das wäre der richtige Weg. Kann ich hier durch? Nein. Wie kann ich mich denn jetzt hier erwischt haben? Wie denn? Warum denn? Weshalb denn? Lass mich los! Ich war so sneaky unterwegs. Also wenn es wirklich... Jedes... Also... Ist... Also... Ist das jetzt... Tod? Nicht tot? Was ist das denn? Vor allem auch Unfiel, die kann sich teleportieren. Also ich würde sagen... Jedes Mal, wenn diese Szene kommt... Bin ich quasi gestorben. So, lass mich raten. Von hier bin ich gekommen, ne? Das ist ja mein Checkpoint, so quasi. Okay. Hast du dich wieder beruhigt? Wir müssen einfach darauf erreichen. Da, auf der Bühne. Das ist der Rift. Da oben. Okay. So, hier vorne war ja keiner, ne? Also hier kommen wir ja durch. Dödeln. Aber die war nämlich erst hier. Ist die Frage, wo ist sie hier? I don't know, where do you go, where do you go away? Okay, hier haben wir es nicht geschafft. Hier ist es nicht, ich muss hier irgendwie hoch? Ah, um da oben zu kommen muss ich... Muss ich erst mal runter, oder wie? Das gefällt mir alles nicht. Das ist alles... Und geht immer tiefer. Hör auf damit. Okay, euch geht es allen nicht so gut, Freunde. Das tut mir echt leid für euch. Aber ich muss mal hier durch. Ich bin echt sorry, also wirklich. Wenn ich euch helfen könnte... Kann ich euch helfen? Kann ich euch helfen? Was ist jetzt richtig? Was mache ich überhaupt? Okay, ich habe keine Ahnung, ob das... Ob das irgendwas gebracht hat, oder nicht. Ich... Ich bin überfordert. Ich werde hier sterben. Ich werde hier sterben. Wir haben verloren. Ich bin eine Ahnung, die Musik... Wie ein Sabotage... hat der Großbrit... Die Gäste und der Welt haben sich mit ihm verletzt. Meine eigenen Augen haben gesehen, dass die größte Künstler meiner Kindred mitzunehmen, in die Flöten flöten Wälder der Nachtmärer. Insofern alles, die Empress noch lebt, auf der Tower wie eine große Spiegel, die Leben und die Schmerzen aus den Faktorien leben. Es war unsere Aufgabe, um ihre Reine zu Ende zu bringen. Und ich verletze. Ich habe noch Kita's Formulat. Wenn ein Kumpanier, stranger, explorer des Ruins findet das, dann nehmen wir den Vial. Es wird die Räume röntgen in die Vitae und es über die Systeme spüren. Okay, also wir haben jetzt gerade anscheinend diese Dingens-Boomens vorher aufgenommen. Muss ich die jetzt kombinieren miteinander oder was oder wie? Also hier mit... Ah, okay, wait. Und jetzt muss ich das... Okay. Ich habe keine Lampe mehr? Why? Okay, ich habe euch... Ja, das hört, hört, hört... Ich komme hier nicht mehr hoch. Wow. Achso, dafür komme ich aber hier hinten raus. Okay. 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 Hide and seek. Hide and seek. Hide and seek. Und was, hier kann sie mich nicht sehen? Und was, hier kann sie mich nicht sehen? Also, sorry, wenn ich jetzt nicht so viel erzähle, aber das ist echt, äh, äh, ein anderer Tobak. Okay. Sie sieht mich nicht. Okay. 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 That's it. That's it. Ja, komm mal, komm mal jetzt! Ich sehe, ich sehe, du bist okay. Wollen wir dem Rift immer näher eigentlich, oder? Oh, Marie, ich will nur jetzt liegen. Nur für ein wenig Zeit. Aber wir können nicht stoppen. Können wir? Nein, können wir nicht. Wir können nur sagen, Don't stop, but leave in us. Aber es kann nicht schlimmer werden. Ja, es kann nicht schlimmer werden, da hat sie recht. Bitte was? Ich habe keine Taschen. Wo sind wir denn jetzt? Oh no, 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 no. Wieder so eine Erinnerung. It's dark, Mama. It's so dark. Shh. It's all right, little one. I just went away. I just went away. I just went away. I don't want to go away. I don't want to go away. Don't go away. Mama. Oh no. Oh no. Oh no. Don't let me go. I don't want to go. I just went away. I need to go away. Ah, Marie! Hey, 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 okay. Okay, so schnell sind wir nicht mehr, weil wir sind hochschwanger. Yeah, maybe it's a village. Da kannst du schon recht haben. Ja, okay. Unsere Aufgabe ist es, diesen Berg zu erklimmen. Ja, ja, Tower, Tower. Hey, die Fresse, ich will die Gleiter hier hoch steppen. Ja, wir gehen jetzt zum Tower und bekommen unser Kind. Hoffentlich. Geh weg. Und jetzt hier keine Überraschung mehr. Also, ne, Tower und gib ihm und so, aber nicht wieder irgendwie anders Welt und so. Ja, das ist, glaube ich, auch nicht so einfach hochschwanger. So Treppen und, also Leitern hochklettern und so, also weiß ich ja nicht. Vor allem die Hitze auch. Oh, die Schmerzen. Na komm, jetzt. Versuch. Noch. Die. Also. Komm. Wir schaffen's. Ja. Ja, da so, okay. Cool, 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 cool. Wo ist denn hier ein Tower? Da hinten ist ein Tower. Ja, das ist aber auch mal trotzdem noch ein ganz schönes Stückchen. Wenn man das mal so sagen darf. Also, es hält's nicht gleich um die Ecke hier. Die Geschichte. Aber warum kommt er uns dann eigentlich auch nicht entgegen? Ja, also. Fruchtblase geplatzt. Hat Wehen ohne Ende. Und soll sich denn noch so. Ja, kommen sie, kommen sie erstmal zum Toben gelaufen. Weil sie können's ja. Chela ist einfach seinen Arsch mal zu uns bewegen. Doktor. Someone help me please. Und nachher ist er nicht hier, ey. So, wir sollen zum Turm. Was ist unsere nächste Aufgabe? Kurz gucken. Der Turm. Der Turm. Also, ich glaube, jeder Schritt ist einfach nur so fucking schmerzhaft. Kannst du dich einfach hier mal kurz hinsetzen? Nein, kannst du nicht. Er wäre auch zu... Atmen. Atmen. Not yet. Not yet. Du musst atmen. Komm hierhin. Durch diese Tür. Komm schon. Jetzt hat er bloß, ich hätte auch hier durchlaufen können. Ja, ist egal. Du hast es gleich geschafft. Komm schon. Ja. Ich muss mich... Ja. Komm. Beilen. Da haben sich irgendwelche Leute aufgehangen. Wir laufen einfach weiter. Fuck. What the shit? Shit. No. No, please, Gott. What the hell have I ever done to you? Das war ne Falle. Who's there? Help me. Help me, please. Komm schon. Ja. Ich bin... Ja. Jasmin. Komm. Du hilf mir doch. Please get me down. Ja, also... My water's broke. I need a doctor. I killed them. What? I killed them. All of them. They were trying to help. But they saw my face. And I could taste their fear. Fuck. No. No. Ich habe ja keine Angst vor dir, also... Jasmin, please don't... Ich... 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 Ich helfe dir. Ich will... Ich will try... Ich will try... Where is the doctor? Scheiße, wo ist der Doktor? Wir könnten auch das allein hinkriegen... What happened to you? What happened to all of us? It's all broken up. The tower. We were in the tower. She saved us from the desert. Who is she? I don't know. A ghost. A god. She only wanted to help. It was her. She did this to us? It didn't need to happen. Tassi. She was trying to help you. I can't... I can't remember. I'm sorry. Ja, dann mach doch auf. It's trying to take me again. We must be quick. Help me. Quickly. It's coming. This can smell you. Run. Tassi, run, now! Wohin denn jetzt? Also, wenn es keinen Doktor mehr gibt und sie ist auch irgendwie verflucht. Bin ich auf mich allein gestellt, oder was? Run, Tassi. I can't control it. Okay, ich bin weg. Tschüss. Als ob sie jetzt so schnell laufen könnte. Tassi, it was you! You did this! Ich schau mich nicht um. Ich schau mich nicht um. Was ist dein Problem? Oh, nee. Hä, ich dachte, der lebt nicht mehr. Er ist doch auch, guck mal, der hat doch auch so ne, so ne, am Arm. Der ist doch auch befallen. Trau ihm nicht. Er ist genau so ein Typ. Komischer Art. Oh. Er ist, er ist. Was? Nein! Nein! Der Wunsch, der Wunsch, der in dir ist. Wir können nicht rischendet werden. Ich werde dir helfen, die Kindheit zu retten. Sei stärker. Fokus Okay, kann ich irgendwas machen? Nimmst du die Pfoten da raus, du! Ja, ich guck dich doch an, was willst du von mir? Fast geschafft, nee ist klar, fast geschafft! Halt deine Schnauze! Halt deine Schnauze! Ha! Ich dachte, sie könnte es schnauze, aber sie... Perfekt! Perfekt! Ja, ich guck dich doch an! Ja, ich guck dich doch an! Ja, ich guck dich doch an! Ich guck dich doch an! Was ist dein Problem? Ich muss kurz sagen, das machst du nicht! Dann überlegst du, also hättest du jetzt recht überlegen, so mein Freund! Stopp! Stopp on you! Give them back to me! Also sie hat wahrscheinlich die Kräfte... Weiß ich was von... Und würde ihn hier komplett in zwei zerreißen in der Luft? Ja, komm mal her hier, du! Nein, 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 der ist noch gleich! Was ist das für ein Doktor? Den können wir uns jetzt... Dann auf Wiedersehen, Doktor! Also, ich würde mal sagen, ich seh dich. Zurecht. Also, ich würde es nicht anders machen. Kann die Kreatur jetzt eigentlich von mir Besitzer greifen, einfach um mein Kind zu retten? Und ihn hier kaputt zu klatschen? Ich würde es jetzt machen lassen. Was ist dieser Drecksdoktor hin? Da ist er. Komm her, hier, du. Komm her. Komm her an, Meda. Nein, der geht jetzt nicht durchs Portal und ich kann nicht hinterher. Weil, der Wichser, der hat ja meine Uhr mitgenommen. Also, mein Amulett. Okay, wir sind noch mit ihm durchgekommen. So, jetzt komm hierher, du. Kleiner Wicht, du. Nein, 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 komm. Nicht in Ohnmacht fallen oder so. Komm. Fokus. Komm nun, lauf. Hinter. Auf geht's. Hinter ihm her. Als ob, als ob der einfach unser Kind klaut. Drecksdoktor. Komm her, hier. Ich folge ihm jetzt einfach, äh, so, äh, geht er hier gar nicht an, dass er hier irgendwie... Mein Kind hat ja ein Glück, dass der aber auch so scheiß fahrstumt. So. Komm runter hier. Kann ich hier, hier, an der Seite hochkledern? So, okay. Dann halt über die Schächte. He will die. What other choice do we have? Hank? Stay with me, Hank. Accept her bargain, Tessie. You know it is painful. This way, or Lily. Maybe even Salim. Just school. Oh, of course. Sie sind schuldig, selbstbewusste Frau. Henk wird sterben, wegen dir. Wir alle sterben. Kein Geh, Tassie. Es ist alles gut. Bitte, Frau, 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 whatever du bist. Er ist sterben. Du kennst meine Wurzeln, Tasi-Channon. Hast du deine Antwort verändert? Nein. Nein, ich kann nicht bleiben. Ich kann nicht sie aufgeben. Dann kann ich dich nicht retten. Aber ich bin kein Monster. Ich werde dir Hilfe, bevor du dich in den Deserten möchtest. Ich habe ihn verabschiedet. Sie wollte mich bleiben, bis das Baby kam. Sie wollte eine Marie. Warum denn? Gib ihm Wasser von der Fountain, und er wird gut. Malik, hilf mir bitte. Ich habe ihn. Hier. Herr Mitchell, kannst du mich hören? Hier. Hier, Henk. Drink. Ich dachte, der Brunnen wäre jetzt das Problem gewesen. Schau. Schau. Diese Wurzeln. Es war zu Ende. Oh Gott. All of you. Es wird dich im Deserten behalten. Nein, damit hat sie uns vergiftet. Der Fountain. Wir trinken. Wir trinken all of these Brunnen. Warum geht es jetzt hier schon wieder runter? Ich will doch nach oben. Was hat dein Kind aus dem Tag gemacht hat? Was hat dein Vater gemacht hat? Was hat hier gemacht hat? Was hat hier gesehen? Was hat hier gesehen? Was hat hier gesehen? Was ist schon so schade, dass wir uns verlassen? Ich bin sorry, ich konnte nicht. Nicht nach Alice. Hey, hey, ich weiß, ich verstehe. Und so will Selim. Wir finden einen Weg... Mr. Mitchell. Ich... Ich bin okay, ich... Ich kann mich nicht richtig sehen. Es ist etwas am Ende meiner Augen. Ja, ich glaube, dass er sich so langsam aber sicher verwandelt. I wish I had another lantern. I wish I had another lantern. Warum bin ich jetzt hier... Nur für... What? Okay, also... Alle, die davon getroffen haben... Äh, getroffen, genau. Getrunken haben... Haben sich dann anscheinend... Verwandelt. Ich glaube, wie es klingt. Hank Schmank sage ich immer dazu. Hello. Ich weiß nicht, dass ich ihn behalten habe. Ja, das... Ja... Ah... 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 Kann ich dich nicht nutzen um, oh warte mal, dich kann ich bestimmt nutzen um hier rein zu und jetzt hier durch, geht das? Lass mich in Ruhe, so wir haben jetzt den Fahrstuhl glaub ich erstmal wieder angemacht, also glaub ich das heißt wir können jetzt glaub ich wieder zurück Lass mich, kann ich einfach an der vorbei, ich wollte nur vorbeirennen, wirklich, warum bist du denn jetzt noch so eine pain in the ass Figur hier, die mich jetzt noch, ich will auch mal scheiße Müssen wir jetzt hier noch so ein hide and seek Ding hier spielen, das ist doch unnötig Oder, also, ist doch unnötig, ist doch Ich will doch nur zum, ja genau da will ich wieder hin zum Fahrstuhl Nein, da will nur zum fucking Fahrrad So, jetzt bin ich wieder da unten gelandet wahrscheinlich, ne Also, es wird auch mit jeder Situation immer heftiger Gut, schau mal auf, lass uns endlich zum Doktor und den Doktor Eine mitgeben So, okay Aber hier komm ich nicht zum Fahrstuhl Aber hier komm ich zum Fahrstuhl, oder? Komm ich hier wieder nach oben? Was hast du denn? Tyna, closer than Kin Take these vials They contain my formula There are four major vitai flows into her tower Find the maintenance ports One vial should suffice for each Uh-huh Seeding the flesh into a flow should choke it Cut off her supply And wreak havoc at the factory outlets themselves But be wary The red flesh is volatile And unless all the flows are stopped The constant cycle of pain and fear will continue And our penance will not end I know that If you succeed The tower will fall And we will not meet again in this world Okay But perhaps If the true ancestors deem that we have a tone for this great sin We may yet meet again In another place All my hopes go with you In all our names eternal Also wir haben noch diese Ampullen Wo wir die Haare Spции haben Es gibt nicht mehr eine andere andere ecke Aber er klingt nicht so, wie keinj かon queremos leben Okay Okay Das heißt, hier gibt es jetzt auch nochmal so'n Das heißt, hier gibt es jetzt auch nochmal so'n Dingens, gedöhns, rummens. Ich bin wieder zurückgegangen, kann das sein? Ja, bin ich. Okay, es gibt vier solcher Viecher da. Die den ganzen Strom und den ganzen Zufluss quasi beenden. Das heißt, wir hier nicht. Das heißt, ich muss hier rein? Warte mal, hier geht's nach... Gehen wir nach oben? Jetzt kann ich ja wieder mit dem Fahrstuhl fahren, oder nicht? Come on, come on! Weil diesmal haben wir ja den Strom umgemodelt. Ich kann euch helfen, aber du musst sagen, bis der Kind ist geboren. Es gibt so... Es gibt so viele Leben gegen die resten uns. Ich könnte es sagen, Salim. Dazzy, es muss sein, es ist dein Leben. Es ist dein Leben. Ich kann nicht, danke dir. Ich kann nicht. Ich habe verloren. Ich habe dich verloren. Ich werde nicht diesen Schritt aufgeben. Ja, ist verständlich. Anna-Marie, ich komme. Also, wer will das? Also, wer will überhaupt ein Kind verlieren? Das will keiner. So, wo ist der... Anna-Marie! Wo ist der Wichser? Aha, kommst du nicht weiter, ne? Freundchen, ohne die Ampulle. Also, wo könnte der Dock jetzt sein? Der wird bestimmt jetzt sich hier hinter verstecken. So, wo ist der Wichser? Wenn das, was es ist. Ich sehe dich, du Scheiße! Ich sehe dich, du Scheiße! Ich sehe dich, du Scheiße! Was hast du mit ihr gemacht? Du musst sie hören. Ich höre dich. Ich höre dich. Ich höre dich. Stopp! Was? Was hast du mit ihr? Ich höre dich. Was? Also, ich sag mal so. Er hat's verdient. Ja, das ist auch ein bisschen. Ja, das ist auch ein bisschen. Ja, das ist auch ein bisschen. Dann lass uns gehen! Mit dem Portal, ich kann sie zurücknehmen. Sie wird sterben. Sie nicht erinnern? Die Kindheit wird mit einer Krankheit geboren. Sie wird nichts verbrechen. Hier, mit mir, kann sie leben. Hier, gibt es Hoffnung. Hä, aber ich hab doch vorhin... ...das Ding, also... Hä? Ich dachte... Ich dachte, ich habe sie verbreitet. In diesem schrecklichen Ort, wo du mir gezeigt hast. Eine temporäre Respite. Wie mit ihrer Freundin, die Krankheit ist zu tief gebrochen. Ich bin sorry. Vitae kann diese Verbrechen halten. Für ein Zeitpunkt. Aber es ist keine Verbrechen. Sie wird es immer benötigen. Seid. Ich werde dich zu ihr nehmen. Aber... Warum hab ich denn die Prozedur über mich ergehen lassen? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Warte. 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 Tassie. Folle mich. Ich komm hier. Ich bin gleich da. Einen Moment. Tassie. Folle mich. Ja, 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 ja. Okay, also wir haben hier nämlich noch diese drei grünen Dinge. Ja. Und wir wollen den da kaputt machen. Ne, weil der ist ja hier die Ausgeburt von ihr hier, glaub ich. Wir haben ja noch die drei am Pool und so. Genau. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Soon, your mind will be nothing but hunger. You can do no more for her, but I can. Aha. You must let me be her mother. Nein. Here. Amarie. I'm here. I'm here. I'm here, my heart. Also, warum sollen sie denn die Mutter spielen? Das ist doch, also, ich bin doch die, also, Tassie ist die Mutter. Oh, shh, 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 I've got you. Mama's here. Comfort her. Feed her. Say goodbye. Sie haben nicht viel Zeit, wenn Sie fertig sind, verlassen Sie sie und kommen zu mir. Ich werde deine Oblivion reduzieren. Es ist alles gut, little one. Es ist alles gut. Oh Gott. Okay. Will they find a way to keep you safe? Or will it be Alice all over again? But to leave you here... ...with her... ...and all of those things... ...that they have to do to keep her alive... ...what are we to do? Hush now... ...lullaby. Close your eyes for sleep is coming. Hush now... ...lullaby. Mama's yes, oh don't you cry. I know. I'm sorry. ...but... ...but... ...can we... ...unser Kind nicht irgendwie trotzdem retten? Auf eine gewisse Art und Weise? Also... Ich bin der Meinung, wir müssen hier die Dinger kaputt machen, damit wir den hier kaputt kriegen. Hier gibt's uns nix weiter, ne? Ne. Genau. Jetzt haben wir nämlich den... ...und könnten doch... ...und dann... ...und dann... ...wenn du und ich... ...wenn wir dann... ...wenn wir sehen, was zu uns kommt. Bitte, Tassie. Wie kannst du sie in der Welt beschützen? Lass halt mal meine Sorge sein, Fräulein. Du hast mir gewonnen. Wenn du sie in der Welt. Ditesst mir... ...wennst du mir keine Wahl dazu. Ich werde mam- ...sig! Varteppel! So, Freundchen. Jetzt, jetzt spielen wir mal ein Spiel. Und zwar ein Spiel nach meinen Regeln. Warte kurz. So, Le Boy. Hehehe. Was? So sieht es nämlich aus. Auf Wiedersehen. Wir werden es überleben. Und wie? So. Ne, falsch rum. So rum. Ganz kurz hier. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Wir kümmern uns gerade drauf. Wir machen jetzt hier alles fein. Jetzt hab ich mein Kind hier alleine lasse, Alter. Der hat's da wohl nicht mehr alle. Selbst wenn irgendwas mit dem Kind nicht in Ordnung ist. Selbst wenn irgendwas mit dem Kind nicht in Ordnung ist. Selbst dann klatsch ich dir noch eine. Ich bin nicht mehr. Nein. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Es wird alles gut. Alles gut. Alles gut. So, und jetzt kommt die letzte am Polo-Dum. Das ist ja wirklich. Nee! Ja, ja. Wiedersehen, ihr Wichser. Was? Hat das jetzt nicht geholfen? Hör mich nicht. Alles gut. Alles gut. Doch, doch. Genau so, nämlich. Warum? Wenn du meine Tochter haben wolltest. Da fragst du noch? Komm. Ich bin so sorry, mein Gott. Komm. Komm. Geh mal. Du freu dich. War's das? Nee, ne? Also komm, wir können uns doch bestimmt noch befreien. Es gibt doch bestimmt ein happy ending. Nicht? Nee, 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 nee Also haben wir jetzt alle rumgebracht? Also sind wir jetzt alle tot? Das wollten wir eigentlich nicht, wir wollten nur da und schnell raus, aber ja, krasse Story, also krasse Geschichte, krasse Story, ja, ich hoffe, das kleine Let's Play hat euch soweit gefallen, lasst doch gerne ein Like da, lasst uns gerne in den Kommentaren wissen, ob ihr weiterhin solche Let's Plays von uns haben wollt und vergesst ein Abo nicht, damit ihr keine weiteren Folgen verpasst und ich sag erstmal vielen Dank fürs Einschalten und wir sehen uns einfach beim nächsten Let's Play, bis dahin sag ich erstmal, reingehauen! Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.